Und damit zu unserem heutigen Thema Definitionen von Social Media. Das Internet als digitale Infrastruktur, als digitale Kommunikationsinfrastruktur ist ein Universalmedium. Sie wissen ja in unserer Disziplin, in der Kommunikationswissenschaft ist es eine durchaus übliche Einteilung, unterschiedliche Mediengattungen, Medientypen nach Technologie zu beforschen. Beispielsweise wäre das dann die Printmedienforschung, die elektronischen Medien, typischerweise Radio und Fernsehen und eben die digitalen Medien. Was ist damit gemeint, wenn man sagt, das Internet ist ein Universalmedium? Nun, zum einen bedeutet das, Sie können auf dieser Infrastruktur unterschiedliche Medientypen abbilden. Wenn Sie jetzt beispielsweise an Netflix denken oder an andere Streaminganbieter, die sind jetzt abgesehen davon, dass das Programmschema nicht linear und vorgegeben ist, das sind klassische One-Way-Medien, also sozusagen ein Fernsehsender, der seine Inhalte, Serien, Filme, Dokumentationen an das Publikum verteilt. Das ist eigentlich sehr angelehnt an das klassische Fernsehmodell. Wenn Sie an einen typischen E-Mail-Newsletter denken, dann hat er durchaus gewisse strukturelle Ähnlichkeiten mit dem Abo, beispielsweise einer Special-Interest-Zeitschrift. Es gibt natürlich bei Netflix relativ bescheidene Feedback-Möglichkeiten. Sie können Ihre Meinung oder wie gut Ihnen ein Film gefallen hat, dazu kundtun. Genauso gibt es bei Newslettern in der Regel auch irgendeine Antwortadresse. Könnte man nicht sagen, Printmedien haben auch die Leserbriefseite. Das Internet kann aber dann sozusagen aufgrund der technischen Struktur noch einen Schritt weiter gehen. Die klassischen Medientypen, seien es jetzt Printmedien oder elektronische Medien, sind ja abgesehen von wenigen bescheidenen Rückkanälen one-to-many-Medien. Im Internet ist grundsätzlich jeder Teilnehmer an diesem Kommunikationssystem mit jedem verbunden und kann die entsprechenden Technologien vorausgesetzt auch selbst Inhalte kreieren beziehungsweise Inhalte modifizieren. Ich habe Ihnen schon in der ersten Einheit gesagt, in dieser, wenn Sie so wollen, Entwicklungslogik des Internet, da waren ja die ersten Bereiche oder die ersten Teile des Internet an denen, die die Benutzerinnen sozusagen ihre eigenen Beiträge hinterlassen konnten, in einen Meinungsaustausch treten in Foren und so weiter. Das war im Wesentlichen das Usenet. Das war eigentlich sehr angelehnt an die klassischen Online-Foren. Dann mit dem, wenn Sie so wollen, Boom oder Aufstieg des World Wide Web in den ersten paar Jahren, würde ich mal behaupten, so von den frühen 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre des vorigen Jahrtausends, war das World Wide Web in erster Linie ein One-Way-Medium zumindest, was die Rezeption von Inhalten betrifft. Frühe Webseiten waren kaum bis gar nicht interaktiv. Die Unternehmen, die Betreiber, wer auch immer stellte die Inhalte dort bereit. Die waren zwar von überall her zugreifbar grundsätzlich, aber in der ersten Phase der Webseiten, würde ich mal sagen, waren Kommentarfunktionen, solche interaktiven Teile sehr, sehr rar gesät. Mit der Weiterentwicklung des Internet, mit der steigenden Geschwindigkeit der Leitungen, besseren Verfügbarkeit von Multimedia, aber auch mit neuen Server-Technologien waren dann eben interaktive Services möglich. Usenet hat eigentlich dann schlagartig, könnte man sagen, seine Popularität und Bedeutung verloren, als normale, unter Anführungszeichen, beziehungsweise Diskussionsforen im World Wide Web zur Verfügung standen. Und irgendwann im weiteren Verlauf dieser Entwicklung, da haben wir uns auch schon einige historische Daten dazu angeschaut, traten dann Social Media Services oder Social Media Plattformen auf den Plan. Die zeichnen sich jetzt grundsätzlich, wenn man das Ganze als Mediengattung, als Medientyp analysieren will, mal durch eine, ich sage, sehr untypische Eigenschaft aus, die sich von allen anderen Massen oder One-to-Many oder auch Many-to-Many Medien unterscheidet. Social Media Plattformen produzieren selbst keine Inhalte. Es handelt sich um Infrastruktur, um Technologien. Wenn Sie so wollen, um ein System, das wird uns auch noch eine Einheit lang beschäftigen, der sogenannte Social Media Algorithmus oder die Social Media Algorithmen, ein System zur Bereitstellung von Inhalten mit einem bestimmten Regelset, das die Verteilung dieser Inhalte unter den Benutzerinnen regelt, wenn Sie so wollen. Nach verschiedenen Kriterien, idealerweise nach Relevanz und möglichst personalisiert. Das bedeutet, alle Teilnehmer an einem Social Media Netzwerk konsumieren, konsumieren, entschuldigen Sie, nicht sämtliche Inhalte, die dort produziert werden, sondern man verbindet sich, das heißt dann je nach Netzwerk anders. Auf Facebook ist das eine Freundschaft, auf Instagram folgen. Man bekundet sozusagen durch solche Interaktionen das Interesse an bestimmten Personen, an Brands, an Unternehmen und diese Plattformen zeigen dann basierend auf dem eigenen Verhalten Inhalte dieser Autoren an. Ganz abstrakt beschrieben, das Grundprinzip von Social Media und es gibt natürlich einige Ausnahmen. Es gab in der Vergangenheit, soweit ich das weiß, passiert das derzeit nicht mehr, aber ich bin kein Meta-Experte. Facebook hatte Kooperationen mit diversen Publishern, unter anderem National Geographic und so weiter und hat in sehr bescheidenem Rahmen auch, wenn Sie so wollen, eigene Inhalte angeboten. Das hat aber immer nur eine Randrolle gespielt. Aus medienregulatorischer Sicht oder auch aus medienpolitischer Sicht ist natürlich diese Situation sehr bemerkenswert, dass diese Medien keine eigenen Inhalte bereitstellen, wenn sie an die Journalismusgesetzgebungen der einzelnen europäischen Länder denken oder auch an die österreichische Gesetzgebung, sind ja Journalisten bzw. Inhaltsproduzenten in mancherlei Hinsicht besonders geschützt, weil man eben Medien als wichtigen Teil der Demokratie, oft auch als vierte Kraft bezeichnet, ansieht und die Personen, die eben hier recherchieren, die in der Idealverstellung unabhängige Recherche betreiben, die sollen auch besonders geschützt werden und dafür gibt es einige Pflichten, Sorgfaltspflicht, Werbekennzeichnungspflicht und so weiter, denen klassische Massenmedien nachkommen müssen. Auf der anderen Seite genießen die Journalisten gewisse Vorteile in der Ausübung ihres Jobs. Obwohl wir Social Media Plattformen, es steckt ja im Namen Social Media als Medien bezeichnen, fällt eben hier dieser Inhalteanbietenteil komplett weg und die Frage bzw. auch der regulatorische Charakter reduziert sich dann darauf, inwieweit, und das ist eine Diskussion, die natürlich derzeit noch mit sehr hoher Intensität geführt wird und die auch im Laufen ist, inwieweit sind die Plattformen für die Inhalte, die ja eben von den Nutzerinnen veröffentlicht werden, verantwortlich bzw. auch inwiefern sind sie dafür verantwortlich, diese Inhalte gegebenenfalls zeitnahe zu entfernen. Da hat sich die Europäische Union mit der DSGVO, mit der Datenschutzgrundverordnung, zum einen ein sehr umfassendes Regelwerk ausgedacht, das den Umgang mit persönlichen Daten sehr, ich sage mal sehr restriktiv im Sinne der Nutzerinnen regelt. Auch damit werden wir uns noch genauer befassen und es gibt diverse Zusatzbestimmungen, unter anderem den kürzlich verabschiedeten Digital Services Act, der die großen Social Media Plattformen eben auch verpflichtet, entsprechende Moderationsmöglichkeiten vorzusehen. Das heißt, das ist auch medienpolitisch eine komplett neue Gattung, die natürlich mit ihren eigenen Problemen und Anforderungen daherkommt. Wenn keine Inhalte produziert werden, ändert das natürlich auch die Sorgfaltsfrage sehr, sehr stark. Wenn wir uns nach ganz kurzen Definitionen von Social Media anschauen, da ist immer Merriam Webster mein erster Anlaufpunkt, die schreiben über Social Media Forms of Electronic Communication, such as Websites for Social Networking and Microblogging, through which users create online communities to share information, ideas, personal messages and other content, such as Videos. Eine sehr kurze und knappe Definition, die eben vor allem auf diesen Austausch hier abstellt. Natürlich haben Social Media Plattformen mehrere Dimensionen, wenn sie so wollen, der Austausch von Inhalten, der könnte jetzt theoretisch über E-Mail Attachments oder andere Systeme genauso passieren. Eine, ich würde mal sagen, wesentliche und geradezu kennzeichnende Eigenschaft von Social Media Plattformen ist natürlich auch die Selbstrepräsentation. Ich habe in der Enzyklopädie Britannica, ich werde Ihnen diese Definitionen auch verlinken im Moodle, auch nachgeschaut. Wir haben eine etwas ausführlichere Definition. Social Media, a form of Mass Media Communications on the Internet, such as on Websites for Social Networking and Microblogging, through which users share information, ideas, personal messages and other content. Social Networking and Social Media are overlapping concepts, but Social Networking is usually understood as users building communities among themselves, while Social Media is more about using Social Networking sites and related platforms to build an audience. In dieser Definition stecken zwei ganz interessante Seiten der Medaille drin, wenn Sie so wollen. Da geht es zum einen um den Aufbau von Communities. Social Media Plattformen können sich mehr an General Interest Publikum richten. Facebook wäre ein klassisches Beispiel dafür. Der Anspruch der Seite ist, sozusagen mit den eigenen Kontakten, mit den privaten Freunden im Austausch zu bleiben, ohne dass da jetzt ein besonderes Kernthema vorgegeben wäre. Natürlich finden Sie dann auf Facebook und genauso auf anderen Plattformen eine ganze Reihe von Sub-Communities. Technisch unterschiedlich organisiert. Auf Facebook spielen hier sicherlich die Gruppen eine sehr, sehr große Rolle. Die Britannica unterscheidet hier eben offenbar, zumindest graduell, zwischen Social Networking und Social Media, weil natürlich bei den Social Media Plattformen, die ja grundsätzlich und potenziell, sozusagen jeden Teilnehmer ermöglichen, dort Inhalte zu veröffentlichen, sehen wir in der Praxis alles andere als ein ausgeglichenes Verhältnis. Es gibt für die Wikipedia eine ganz interessante Statistik. Sie wissen ja, die Artikel in der Wikipedia, auch ein Nachschlagewerk, das zumindest einige deutliche Charakteristika von typischen Social Media Services aufweist. Die Artikel werden ja von den Besucherinnen der Wikipedia verfasst und sie können jetzt grundsätzlich selbst beginnen, einen Artikel zu schreiben, beziehungsweise auch bestehende Artikel ändern. Ich hatte vor einigen Jahren, als ich mal eine Übung bei unserem Institut gehalten habe, mit Kolleginnen von Ihnen ein kleines Experiment durchgeführt während der Übung. Wir haben uns die Biografien von deutschen Politikerinnen, ich glaube, das waren zehn, haben wir da rausgesucht, von so Kreisstätten, also jetzt nichts wahnsinnig Bekanntes, eher so Lokalpolitiker und haben da während der Übungsarbeit einige Daten geändert, zum Beispiel das Geburtsjahr korrigiert, verfälscht und falsche Informationen eingetragen. Und interessanterweise, die Übung hat 90 Minuten gedauert, wir haben das am Anfang gemacht, bis zum Ende der Übung, und das wollte ich den Leuten zeigen, waren sämtliche von uns falsch eingegebenen Daten wieder korrigiert worden. Das hat jetzt nicht unbedingt damit zu tun, dass sozusagen jeder Editor dieses Artikels alle paar Minuten da drauf sieht, sondern wenn Sie, je nachdem, wie Sie Ihr Wikipedia-Konto konfiguriert haben, wie Sie so einen Artikel verfasst haben oder daran mitgearbeitet haben, können Sie sich benachrichtigen lassen, wenn da was geändert wird. Und ich fand das damals schon relativ beeindruckend, dass dieser Korrekturmechanismus so schnell funktioniert. Aber die Zahl, auf die ich eigentlich raus will, jetzt hat mir mal ein Student der Grazer TU, mittlerweile sicherlich auch schon lange kein Student mehr, der in der Wikimedia Foundation Österreich sehr aktiv ist, erzählt, von 100 Prozent, und das gilt sowohl für die internationale Version, die englischsprachige Wikipedia, als auch die einzelnen Länderversionen, von 100 Prozent aller Wikipedia-Artikel, wenn Sie sozusagen die aufteilen auf die gesamten Besucher, schreiben, ich glaube, dass ich es richtig habe, deutlich unter 3 Prozent mehr als 98 Prozent aller Artikel. Das heißt, das Nachschlagewerk steht allen zur Verfügung, aber es gibt eine vergleichsweise kleine Gruppe von Personen, die da sehr, sehr aktiv sind. Und das Verhältnis mag bei Wikipedia besonders radikal erscheinen, das ist aber auf anderen Plattformen relativ ähnlich. Sogar auf WhatsApp, das ist ja in erster Linie doch eine Kommunikations- und Nachrichten- Tool ist, gibt es einen beträchtlichen Anteil von Nutzerinnen, die WhatsApp tatsächlich nur, Sie wissen ja über die Abos von Gruppen, die man abonnieren kann, als One-Way-Informations-Kanal benutzen. Auf Instagram sind es auch deutlich unter 15 Prozent aller aktiven Nutzerinnen, die regelmäßig Inhalte veröffentlichen, auf LinkedIn unter 8 Prozent und auf TikTok sogar unter 3 Prozent. Das heißt, diese einerseits technische Möglichkeit, dass hier jeder Inhalte veröffentlicht kann, die nutzen natürlich viele nicht, viele konsumieren Inhalte bzw. liken oder kommentieren auf diesen Plattformen, stellen aber keine eigenen Inhalte rauf und daraus ergibt sich natürlich auch ein bestimmtes Bild in Sachen Reichweite, Stichwort Influencer. Das heißt, wer erzielt welche Reichweite, wer hat wie große Communities, auch ein Aspekt, der bei Social Media sicherlich eine Rolle spielt. Und weil ich vorher schon die Wikipedia angesprochen habe, natürlich auch immer eine gern aufgerufene Anlaufstelle, wenn es um Definitionen geht. Und zwar schreibt Wikipedia über Social Media Plattformen, Social Media are interactive technologies that facilitate the creation, sharing and aggregation of content, ideas, interests and other forms of expression through virtual communities and networks. Social Media refers to the new forms of media that involve interactive participation. While challenges to the definition of Social Media arise due to the variety of stand-alone and built-in Social Media services currently available, there are some common features. Und diese gemeinsamen Eigenschaften sind folgende. Erstens, Social Media Apps are online platforms that enable users to create and share content and participate in social networking. Zweitens, user-generated content, oft als UGC abgekürzt, such as text posts or comments, digital photos or videos and data generated through all online interactions, is the lifeblood of social media. Das heißt, diese Daten, wie wir sie bezeichnen wollen, Metadaten, die in der Benutzung entstehen, daraus ergibt sich ja dann Ihr Interessensprofil. Wenn Sie beispielsweise auf Facebook immer wieder mal Seiten besuchen, die sich mit dem Thema Digitalfotografie befassen, dann wird Ihnen das System das Interesse Digitalfotografie zuordnen und das führt dann eben auch dazu, dass Sie häufiger Werbeeinzeigen aus diesem Bereich zu Gesicht bekommen. Der dritte Punkt, users create service-specific profiles for the website or app that are designed and maintained by the social media organization. Es gibt auch oft den Spruch, der immer wieder gern zitiert wird, dass Social Media Kanäle natürlich sozusagen ein Dritt-Territorium oder gemietetes Territorium sind. Wenn Sie einen erfolgreichen YouTube-Kanal betreiben, möglicherweise auch davon leben, Influencer-Videos posten und die Werbung monetarisieren, dann müssen Sie sich natürlich den Regeln von YouTube unterwerfen, was die Inhalte betrifft, was die Gestaltung der Videos betrifft. Wenn YouTube die Spielregeln ändert, sind Sie da sozusagen mitgehangen, mitgefangen. Dasselbe gilt natürlich genauso für Instagram oder LinkedIn. Das sind Plattformen, die hier die Regeln vorgeben und die Nutzerinnen, ob es sich jetzt um individuelle Personen, um sogenannte natürliche Personen handelt oder um Organisationen, Brands, Unternehmen, die betreiben eben ihre Profile. Typischerweise, da gibt es jetzt natürlich Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen ist ja die Nutzung von Social Media Plattformen gratis. Dass Facebook neuerdings, Sie haben vermutlich das Pop-up irgendwann bemerkt bei Facebook oder Instagram, einen bezahlten Account anbietet. Das hat mehr mit rechtlichen Implikationen zu tun, wie mit dem DSA zu tun haben, aber dazu nächste Woche dann mehr. Im Wesentlichen ist die Nutzung kostenlos und deshalb hat sich auch sozusagen der Spruch etabliert mittlerweile seit einigen Jahren, wenn das Produkt kostenlos ist, bist du das Produkt, beziehungsweise wir bezahlen für die Nutzung von Social Media mit unseren Daten. Einrichtung, Betrieb des Profils, auch das Hosting von Videos und so weiter, ist kostenlos. Aber diese Betreiberunternehmen nutzen eben unsere Interessensprofile, um Geld von werbetreibenden Unternehmen zu verlangen, damit uns möglichst passende Werbung angezeigt wird. Natürlich mit dem Ziel. Klar, wenn man Ihnen irgendeine Zufallswerbung anzeigt, ist die Chance wesentlich geringer, dass Sie den jeweiligen Shop besuchen, dort vielleicht sogar was einkaufen, als wenn der jeweilige Werbetreibende schon möglichst genau über ihre Interessen Bescheid weiß. In diesen Profilen steckt natürlich noch eine weitere wichtige Dimension drin, Selbstrepräsentation. Für uns eine ganz beträchtliche Komponente unserer menschlichen Kommunikation, die natürlich hier auch sozusagen die Erweiterung im virtuellen Raum erfährt. Muss jetzt auch gar nicht der Fall sein, dass jemand, der sich beispielsweise über Sie informieren möchte, die jeweilige Plattform verwendet, je nachdem, wie Sie Ihre Profile konfigurieren. Es gibt eine Google-Suche nach Ihrem Namen, wenn Sie beispielsweise aktiv sind auf Instagram, auf Twitter, auf LinkedIn, wo auch immer. Dann findet man diese Profile sehr schnell und trägt natürlich jetzt nicht nur innerhalb Ihrer Community, innerhalb Ihrer Freunde, sondern auch, ich sage mal, in der generell interessierten Öffentlichkeit zu Ihrer Wahrnehmung bei. Das kann natürlich auch die diverse Auswirkungen positiver, neutraler oder im schlimmsten Fall auch negativer Natur auf potenzielle Jobsuchen haben. Und der vierte Punkt, den Wikipedia hier noch auflistet. Social Media helps the development of online social networks by connecting a user's profile with those of other individuals or groups. Diese Idee, dass unsere Gesellschaft oder mit der Entwicklung mit der verstärkten Verbreitung von Medientechnologien, vor allem interaktiven Medientechnologien, einen Strukturwandel erfährt, die zeigt sich hier besonders deutlich. Wenn Sie sich überlegen, vor der Ära der elektronischen Medien, Printmedien wurden relativ langsam verbreitet, beziehungsweise die Verbreitungsgeschwindigkeit war natürlich weit von der Lichtgeschwindigkeit, Lichtgeschwindigkeit bzw. der Ausbreitungsgeschwindigkeit elektrischen Stroms entfernt, sondern an die Transportmittel gebunden. Dann gab es irgendwann elektronische Medien, aber ein ganz beträchtlicher Teil der Kommunikation war an geografische Faktoren gebunden. Sie hatten eben primär mit den Menschen in ihrer Umgebung zu tun. Medien durchbrechen diese Logik bis zu einem gewissen Grad und speziell digitale Medien beziehungsweise auch Social Media ermöglichen es, und das ist natürlich auch ein ganz wesentlicher Punkt, der dabei drinsteckt, Personen anhand ihrer Interessen zu verbinden. Das hat besonders drastische Auswirkungen, wenn ihre Interessen sehr, sehr spezifisch sind. Wenn Sie sich für den Bau mittelalterlicher Musikinstrumente interessieren, da gibt es recht aktive Communities und die treffen sich dann immer auch gerne auf einschlägigen Mittelalterveranstaltungen, haben Sie vermutlich mehr Glück, wenn Sie in einer Großstadt wohnen. Wenn Sie in einem kleinen Dorf am Land irgendwo leben, dann wird es nicht sehr wahrscheinlich sein, viele andere Personen, die diesen relativ exotischen Hobby frönen, zu finden. Im Internet funktioniert das vergleichsweise einfach, ob Sie jetzt einschlägige Communities über Google oder andere Suchmaschinen oder auf Social Media finden. Das funktioniert natürlich sehr gut, sie mit gleichgesinnten Personen zu verbinden. Das ist sicherlich eine Dimension, die Social Media über die bloße technische Faszination hinaus natürlich ausgesprochen attraktiv macht. In der wissenschaftlichen Analyse von Social Media Plattformen beziehungsweise in der Definition ist ein Artikel, der schon vor vielen Jahren erschienen ist, hat sich als sehr nützliches Tool erwiesen und zwar heißt er The Building Blocks of Social Media und zwar auch angesichts der Tatsache, dass unterschiedliche Social Media Plattformen teilweise unterschiedliche Funktionen bieten und auch sozusagen den Fokus auf unterschiedliche Anwendungsfelder legen, haben wir dort hier in diesem Artikel sieben Elemente beziehungsweise sieben Building Blocks, wie sie es nennen, identifiziert, die typisch sind für Social Media Plattformen. Allerdings müssen nicht alle diese sieben Building Blocks überhaupt beziehungsweise in gleicher Intensität vorhanden sind. Was ist mit diesen Building Blocks gemeint? Das ist zum einen Identity oder Identität. Wie bereits vorhin erwähnt, diese sogenannte Selbstrepräsentation. This is the most basic functional block of Social Media. It represents the extent to which users reveal their identities in a Social Media setting and can include information like name, age, gender, profession, location and also information that portrays users in certain ways. In der Social Media Kommunikation ist Authentizität ein Begriff, der gerne verwendet wird, um nicht klar zu sagen, etwas überstrapaziert. Wenn Sie sich die Social Media Profile auf unterschiedlichen Plattformen ansehen, wird relativ schnell klar, dass natürlich die meisten aktiven Nutzer das verwenden, um ein bestimmtes Bild von sich zu erzeugen. Diese Profile unterscheiden sich sehr stark. Ein Twitter-Profil ist relativ überschaubar. Laden Sie ein Bild hoch, und ein Header-Bild stellen einige wenige Informationen ein und ich glaube, die maximale Länge der BIVO sind 160 Zeichen oder so. Ein Facebook oder ein LinkedIn-Profil, da können Sie, wenn Sie möchten, sehr detailliert sein und alle möglichen Informationen, Musikpräferenzen oder im Fall von LinkedIn Jobs und freiwilligen Tätigkeiten auflisten. Und wie gesagt, im Normalfall steht da natürlich eine intentionale Kommunikation dahinter. Gerade im Fall von LinkedIn haben Sie im Wesentlichen oder typischerweise eine bestimmte Zielgruppe im Kopf. Entweder Kunden, Kundinnen, wenn Sie selbstständig sind oder möglicherweise eben auch Personalabteilungen, wenn Sie auf Jobsuche sind. Instagram ebenfalls relativ simples Profil, zumindest von der Gestaltung der Profile her. Die Selbstrepräsentationsfunktion passiert dann in erster Linie über die Beiträge, wo es ja auch sozusagen zwei Verbreitungskanäle gibt. Gerade bei Instagram haben wir in den letzten Jahren einen sehr deutlichen Shift erlebt in der Aktivität von den öffentlichen Instagram-Postings hin zu den Stories, die ja im persönlichen Netzwerk primär verbreitet werden. Das ist also die Identität, die Gestaltung des Profils beziehungsweise natürlich auch die Beiträge, die Sie veröffentlichen, die hier dazu reinspielen. Der zweite Punkt von diesen sieben Building Blocks sind Conversations, Unterhaltungen. How do users communicate with other users in a social media setting? Many facilitate conversations among individuals and groups. These conversations happen for a variety of reasons, such as to meet like-minded people, to find love, to build their self-esteem or to be newsbreakers on innovative ideas or trending topics. Diese Conversations, die da sozusagen initiiert werden, die beziehen sich jetzt nicht nur auf die Direktnachrichtenfunktion, die die meisten Netzwerke natürlich integriert haben, wo sie entweder 1 zu 1 Personen e-mailartige Nachrichten schicken können oder auch Personengruppen einrichten, sondern die beziehen sich auch auf sämtliche Konversationen, die durch technische Strukturen sozusagen ermöglicht werden. Typisch werden dafür Hashtags. Wenn Sie sich für ein Thema interessieren, können Sie auf Instagram oder auch auf vielen anderen Plattformen nach den betreffenden Hashtags suchen und auf diese Weise sozusagen Inhalte aus diesem Themenbereich finden und dann gegebenenfalls in weiterer Folge auch auf diese Inhalte reagieren. Der dritte Punkt nach Identität und Unterhaltungen ist sharing. Social often implies an exchange between people, which in turn means sharing. We now distribute and receive more content in less time than all of humanity has done previously. What are the implications on the social media sites that mediate these ties? Da sind wir sozusagen beim Thema Algorithmus. Dieses Sharing, also das Veröffentlichen von Inhalten, entweder, auch da unterscheiden sich die Privacy-Einstellungen der einzelnen Netzwerke. Die sind bei Facebook sehr fein granuliert. Bei Twitter, Instagram haben sie mehr oder weniger jetzt zumindest, was die normalen Postings betrifft, nur die Möglichkeit, ihren Account auf privat oder komplett öffentlich zu stellen. Das ist sozusagen die eine Sache. Mit wem teilen Sie diese Inhalte? Und die zweite Frage ist, was auch da angesprochen wird, die häufig zitierte Informationsblut. Wir produzieren quantitativ mehr Daten als je zuvor. Da werde ich Ihnen nachher noch ein paar Zahlen und Fakten dazu zeigen. Wie gehen Social Media Plattformen damit um, welche Filtersysteme oder Querstrich Algorithmen nutzen Sie, um diese Flut an grundsätzlich vorhandener Information auf ein für uns mehr oder weniger konsumierbares oder verarbeitbares Format herunterzubrechen. Der vierte Punkt, Presence, also Gegenwart könnte man es auf Deutsch am besten übersetzen. Have you ever checked Facebook or Foursquare to find out where your friends are? The presence block refers to the accessibility of which you can know where others are, virtually and or physically, through status updates or check-ins. Eine Funktion, die eine Zeit lang bei Foursquare enorm populär war. Facebook hat ja auch die Places. Genauso über Google Maps können Sie sich aussuchen, mit wem Sie Ihren Standort teilen oder ob Sie den überhaupt öffentlich teilen möchten. Also sozusagen diese Verflechtung von analoger und digitaler Welt spielt bei einigen Netzwerken eine größere Rolle, bei anderen keine. Der fünfte Punkt steckt dagegen definitiv in allen Social Media Plattformen drin, Relationships. The Relationships block is pretty straightforward. It represents a connection between more than one user through conversation, sharing information, meeting up or just listing each other as a follower or friend. Consequently, this can lead to duping such as catfishing. Everything has its evils. Die Abbildung von Beziehungen, der Social Graph, wie es Facebook nennt, bezieht sich zum einen auf die Abbildung von Beziehungen zwischen Personen. Das kann je nach Netzwerk eben operationalisiert werden durch eine Freundschaft, eine Connection-Anfrage oder das Folgen. Aber auch die Beziehungen oder zu diesem Social Graph zählen auch die Beziehungen zwischen Themen, Unternehmen und Personen. Die Abbildung dieser Beziehungen ist eine ganz wesentliche Grundlage zum einen für die Funktionsweise der Algorithmen und der Filterung und zum anderen auch die wirtschaftliche Existenzberechtigung beziehungsweise die Währung mit der Social Media Plattformen ihren Betrieb finanzieren. Der sechste Punkt, Reputation, hat natürlich auch viel mit Identität zu tun. Reputation can have different meanings on Social Media Plattforms, but at its core it's a sense of Identifying the status of others and yourself in a social network. Vielleicht ist Ihnen mal die South Park Folge I have zero Facebook Friends untergekommen, aus der glaube ich Frühzeit zum ersten Drittel der Serie, in einer Zeit in der Facebook immer populärer wurde und wo es sozusagen natürlich auch in der Schule ein bis zu einem gewissen Grad soziales Kapital darstellte, wie viele Facebook Freunde man hatte, daher der Titel I have zero Facebook Friends. Eine sehr gut gemachte, wie üblich bei South Park Aufarbeitung dieses Themas. Reputation, Selbstrepräsentation. Meine Profiling Ausbilderin hat ein Buch geschrieben über Status im normalen Leben, im Geschäftsleben, je nach Branche können Statussymbole eine beträchtliche Rolle spielen. Wir schätzen Menschen aufgrund ihres Äußeren sofort ein, billigen ihnen eine bestimmte höheren oder niedrigeren Status zu. Im Perfektion durchgespielt in der Krimiserie Columbo, das Sie vielleicht kennen, wo der kauzige, zerknautschte Kommissar mit seinen billigen Trenchcodes eben sehr, sehr stark auf diese Underdog-Rolle setzt, also sozusagen sämtliche Signale ausstrahlt, die auf einen niedrigen Status hindeuten, während seine Opfer unter Anführungszeichen, also die Mörder, gegen die er ermittelt, immer aus sehr viel höheren gesellschaftlichen Schichten kommen. Da ist sehr schön zu beobachten, wie Status funktioniert. Den gibt es natürlich genauso auf Social-Media-Plattformen häufig, auch operationalisiert durch sofort sichtbare Kennzahlen. Warum ist MrBeast der größte YouTuber der Welt? Weil er am meisten Abonnenten hat und auch verdammt gute Ideen. Und der siebte Punkt bei diesen Building-Blocks nach der Reputation sind Groups. What Communities and Sub-Communities exist on a Social-Media-Plattform and how easy are they to construct? As your network becomes bigger with friends, followers and contacts, it becomes necessary to sort your Synchronous into different Groups. Auch da gibt es unterschiedliche Funktionen, die Listen auf Twitter, ich glaube auf Facebook gab es auch mal solche Listen, wo man seine Freundin unterschiedliche Subgruppen aufteilen konnte. Keine Ahnung, ob es die noch gibt. Dann haben sie auf den meisten Plattformen öffentliche Gruppen, das heißt Gruppen, die man über die Suche auch auffindet und beitreten kann. Dann gibt es private, beziehungsweise geheime Gruppen für interne Kommunikation. Also da gibt es auch noch eine Menge Substrukturierung. Ich werde Ihnen auch diesen Artikel im Moodle verlinken. Kleiner Hinweis im Hinblick auf die Prüfung, die ja dann irgendwann am Ende des Semesters ins Haus steht. Schauen Sie sich diese Building-Blocks gut an. Und was man hier auch ganz gut sieht, beispielsweise im Falle von, wir haben hier vier Beispiele rausgenommen, nämlich LinkedIn, Foursquare, YouTube und Facebook. Ich weiß nicht, ob Sie alle Foursquare kennen. Das war ein Netzwerk, das hat sehr stark davon profitiert, dass eigentlich das erste Social-Media-Netzwerk war, mit dem man Check-In hieß, dass ich eben in bestimmte Orte einchecken konnte. Die haben das einige Jahre gestartet, bevor Facebook Places eingeführt hat. Hatten auch ein starkes Gamification-Element, also die Person, die sich innerhalb eines bestimmten Zeitraums am häufigsten an einen bestimmten Ort angemeldet hat, wurde dann der Mayor dieses Ortes. Da gab es regelrechte Kleinkriege drum. Aber hier, wenn Sie es vergleichen, bei LinkedIn, da steht natürlich die Identität, Reputation und Relationships stehen sehr im Vordergrund. Ich würde mal sagen, Presence spielt da weniger eine Rolle. Genauso wie Sharing, sehr geringer Anteil von Nutzerinnen, die da überhaupt posten. Bei Foursquare geht es ganz klar um die Presence und ein Netzwerk, das komplett an den Ort gekoppelt ist. Wenn wir das Ganze mit YouTube vergleichen, da spielt Sharing eine sehr große Rolle. YouTube ist ja in der Hinsicht durchaus ein Sonderfall. Natürlich nutzt ein beträchtlicher Teil der Kanalbetreiber YouTube als typische Social-Media-Plattform. Es gibt aber auch zahllose Unternehmen, Privatpersonen, die YouTube einfach als kostenlose Video-Hosting-Plattform verwenden, beispielsweise um ein Video in die eigene Homepage einzubauen, ohne sich jetzt deshalb großartig über die Promotion ihres Channels Gedanken zu machen. Conversations, Gruppen, YouTube unterstützt da jetzt seit kurzem auch Hashtags mit inklusive Video-Empfehlungen. Reputation spielen da eine große Rolle. Identity, Relationships und Presence weniger. Bei YouTube abonnieren Sie natürlich auch bestimmte Kanäle. Es gibt aber in dem Sinne kein Freundschaftssystem. Und hier im Vergleich zu Facebook, da sind Relationships natürlich ganz wichtig. Genauso wie Identity, Conversations, Presence. Das heißt, diese sieben Building Blocks, das sind so ganz typische Eigenschaften von Social Media. Und das Main Take-away ist sozusagen, die müssen nicht alle vollständig realisiert sein, aber ganz wesentliches Kennzeichen. Und das unterscheidet natürlich auch beispielsweise eine Medien-Plattform mit einem sehr aktiven Diskussionsforum wie den Standard von einer klassischen Social Media Plattform. Keine der großen Social Media Plattformen kreiert selber ihre Inhalte. Das tun die Nutzerinnen bzw. Nutzer. Ich habe mir noch rausgesucht, von wegen großen Social Media Plattformen, die aktuellen Zahlen, das ist ein Artikel aus Search Engine Land, der immer aktualisiert wird. Die stammen jetzt von Oktober 2023. Das sind die aktuellsten, die ich gefunden habe. Facebook ist da, wie bereits erwähnt, mit drei Milliarden Nutzern ganz weit vorne. YouTube folgt nominell mit 2,5 Millionen, wobei das natürlich auch immer eine Frage der Zählweise ist. Wenn Sie einen Google Account haben, die meisten von uns haben, weil man irgendwann mal eine Gmail-Box angelegt hat oder den auch für andere Services braucht, haben Sie automatisch auch einen YouTube Account. Danach folgt Instagram mit zwei Milliarden, TikTok mit 1,2 Milliarden. Haben Sie vielleicht auch in den letzten Tagen mitbekommen. Da gibt es ja einen schon länger schwelenden Konflikt zwischen Teilen der amerikanischen Politik und TikTok. Ganz konkret geht es um den Vorwurf, dass das Unternehmen ByteDance, der Betreiber bzw. Besitzer von TikTok, ein sehr starkes Nahverhältnis zur kommunistischen Partei hat. Muss man natürlich sagen, die Frage ist, welches große Unternehmen in China hat. Kein sehr starkes Nahverhältnis zur kommunistischen Partei. Das führt wiederum zu Furcht vor Spionagenutzung und die USA wollen entweder TikTok verbieten oder ByteDance zwingen, das Unternehmen zu verkaufen. Das ist jetzt ein bisschen in der Schwebe. Das Unterhaus hat mal dafür abgestimmt, aber das muss jetzt noch ins Repräsentantenhaus gehen. Bleibt also auch spannend. Europa hat in der Richtung noch nichts unternommen. Snapchat, ein wenig fast in Vergessenheit geraten in den letzten Jahren. Stagniert mit um die 750 Millionen, jetzt seit vier, fünf Jahren eigentlich ziemlich auf gleichem Stand dahin. Ex, seit der Übernahme durch Elon Musk bzw. Twitter, eine gute halbe Milliarde Nutzer. Pinterest liegt etwas drunter. Reddit, auch das wird oft übersehen, wenn es um Social Media geht, ist ja so ein bisschen ein Überbleibsel der ersten Welle an Social Media News Plattformen, wo eben die Personen Inhalte rauf und runter voten konnten. LinkedIn hier mit unter 350 Millionen, das sind zwar eine Milliarde Accounts, die es gibt, aber die Zahlen hier sind die MAUs, die Monthly Active Users, die liegen bei LinkedIn deutlich drunter. Und Threads, immerhin 100 Millionen, gibt es ja erst einige Monate. Also Metas bzw. Instagrams, Twitter, alternative Gründungsjahre stehen da auch dabei. Der Umsatz ist nicht von allen Netzwerken bekannt, Meta gibt er nicht pro Netzwerk an. Ich habe vorhin schon gesagt, ich habe für Sie noch ein paar Zahlen, aber vorher möchte ich Ihnen noch schnell einen Artikel vorstellen. Natürlich, wenn wir über Social Media sprechen, dann drängen sich unter Anführungszeichen immer die großen Netzwerke zuerst ins Blickfeld, auch oft als die Big Aid bezeichnet, die üblichen Verdächtigen. Es gibt aber tatsächlich eine ganze Reihe weiterer Social Media Networks. Soziale Medien sind ein Netzwerkmodell, der Wert oder sagen wir mal so, der Nutzen für Sie, einem neuen Social Media Netzwerk beizutreten ist, umso größer, je mehr Personen dieses Netzwerk bereits benutzen. Wenn Sie irgendeine App oder Plattform haben, die jetzt von den Funktionalitäten her viel besser ist, möglicherweise auch sympathisch oder was auch immer als Instagram. Aber Sie sind der einzige Nutzer, werden Sie damit wenig anfangen können. Wenn Sie das einzige Smartphone auf der Welt besitzen, ist das nicht mehr wert, sondern de facto gar nichts. Das heißt, diese Skalierungseffekte führen dazu, und das haben wir in den letzten Jahren natürlich auch sehr stark gesehen, dass es zu einer sehr starken Monopolisierung kommt. Es gibt international ein großes Social Media Netzwerk für Business. Facebook ist nach wie vor von den Zahlen her sehr führend. Noch dazu, wenn man WhatsApp und Instagram dazuzählt in der privaten Kommunikation. Es ist sehr schwierig für neue Netzwerke sich zu etablieren und die meisten weiteren Social Media Services, die es so gibt, und dieser Artikel listet ganze 116 davon, wenn Sie da mal sich näher reinlesen wollen. Die meisten dieser Social Media Services bieten entweder ein sehr spezifisches Format an, einige kopieren auch bestehende Services wie Driller, hier TikTok. Manche suchen sich Nischen. Vimeo gibt es ja schon fast gleich lange wie Google, richtet sich eher an professionelle Video-Hoster und Sie können dort Ihre Videos komplett werbefrei hosten und einen Player ohne Logo in die Seite einbauen. Sehr viele dieser Netzwerke richten sich aber auch an eine bestimmte Gruppe, beziehungsweise sind um ein bestimmtes Interesse strukturiert. Untappt, klassisches Beispiel, aufgebaut wie eine Social Media Plattform, wo man eben sein Profil anlegt, sich registriert, sich mit Leuten befreundet. Die Aufgabe oder das Ziel der Plattform ist es allerdings, verschiedene Biersorten zu reviewen. Also könnte man sagen, schon ein recht spezifisches Interesse. Elfa ist eine LinkedIn-artige Business-Seite, die sich allerdings ausschließlich ein weibliches Publikum richtet. Da gibt es eine ganze Reihe von spezifischen Plattformen. Von den Zahlen her, die versuchen sich natürlich abzuheben und zu positionieren, sind die mit wenigen Ausnahmen aber tatsächlich Rand- und Nischenerscheinungen. Und das hat natürlich eben mit dieser angesprochenen Dominanz, beziehungsweise mit den Skalierungseffekten zu tun. Ich habe Ihnen zum Abschluss für heute ein paar Zahlen vorbereitet, die ich gern ein wenig kommentieren möchte, sozusagen zum Status von Social Media, welche Dimension oder auch welche Größe das mittlerweile erreicht hat. Das ist schon durchaus recht beeindruckend. Natürlich, die Entwicklung ist technologiegetrieben. Wir hatten das Internet und jetzt auch noch AI. Und diese digitalen Technologien wirken sich natürlich auf jeden Lebensbereich sehr, sehr stark aus. Aktuell haben 5,4 Milliarden Menschen Zugang zum Internet. Ein beträchtlicher Teil davon, weit mehr als die Hälfte, nutzt das Internet primär über Smartphones und nicht über Desktops. Wir haben weit mehr mit dem Internet verbundene Geräte als Personen, die aktuell auf der Erde leben. 42 Milliarden Devices sind online. Da sind natürlich nicht nur Smartphones und Computer, sondern da zählt auch das komplette Internet of Things dazu. Über eine halbe Million neue Webseiten werden jeden Tag online gestellt. 3,5 Milliarden Suchen gibt es auf Google. Die Zahlen sind Ende 2022, dürften auch mal leicht angestiegen sein. 500 Stunden neues Videomaterial werden jede Minute auf YouTube hochgeladen. Das heißt, das alles anzusehen geht sich nicht ganz aus. Und nur in etwa 10 bis 15 Prozent davon sind Material, das irgendwo anders ausgestrahlt wurde, im Fernsehen oder so und hochgeladen wird. Über 80 Prozent sind sozusagen genuines, neues Originalmaterial. Schon ganz schön viel. 2022, das hat sich auch bewahrheitet, war Video für 82 Prozent des gesamten Internet-Traffic verantwortlich. Hat natürlich auch damit zu tun, dass naturgemäß die Datenmenge bei Videos sehr viel größer ist. Und es kommt auch darauf an, was man dazu zählt. Wenn man die komplette IP-basierte Streaming-Branche mit dazu zählt, dann sind wir mittlerweile natürlich bei weit über 90 Prozent. Aber wie gesagt, mit der Datenmenge, die 1,10 Minuten HD-Video braucht, da können Sie schon eine ganze Armada an PDFs verschicken. 3,3 Billiarden Meeting-Minuten gibt es pro Jahr mittlerweile auf Zoom. Das ist auch nicht sehr viel weniger geworden nach dem Ende von Corona, beziehungsweise nach dem Ende der Lockdowns. Fortnite hat mittlerweile 350 Millionen Spieler, einen Umsatz von 9 Milliarden. Das erfolgreichste und größte Spiel. Eine halbe Million Tweets werden pro Minute gesandt. Das heißt, diese vergleichsweise geringe User-Basis von Twitter ist sehr, sehr aktiv. Facebook wird natürlich oft belächelt, aber es ist nach wie vor die Social Media Plattform mit dem bei weiten größten Anteil an monatlich aktiven Nutzern. Und aktuell, beziehungsweise Ende 2022, hatte der durchschnittliche Facebook-Nutzer 155 Freunde. Wir neigen natürlich auf Social Media Plattformen ganz gerne dazu, etwas mehr abzubeißen, als wir schlucken können. In der Soziologie gibt es da sehr umfangreiche Untersuchungen dazu. Wir sind natürlich nicht in der Lage, mit einer beliebig großen Zahl von Menschen soziale Beziehungen aufrecht zu erhalten. 155 Freunden regelmäßig zu kommunizieren wird schon ganz schön aufwendig. Tatsächlich gehen die meisten Soziologen davon aus, dass wir in der Lage sind, mit einer maximal niedrig, sehr niedrig zweistelligen Zahl von Personen in engerem Ausstausch zu stehen. Aber immerhin 155 Facebook-Freunde. Instagram hat zwei Milliarden monatlich aktive Nutzer. Wie gesagt, das sind nicht die Accounts. Was mir neu war, dass Cristiano Ronaldo der populärste Instagram-Account ist. Wenn sich das mittlerweile geändert hat, bitte ich gerne um Informationen diesbezüglich. TikTok ist auch schon über einer Milliarde monatlicher Nutzer. Ich war in den letzten Jahren immer die meist heruntergeladene ab. Eine von sieben Scheidungen geht angeblich auf Facebook zurück. Hand in Hand mit der wesentlich stärkeren oder mehr verbreiteten Nutzung von Facebook gehen natürlich auch diverse Gefahren durch Datenmissbrauch. Das ist zum einen jene oder sagen wir mal so den Nutzerinnen jene Hoheit über die Daten zurückzugeben, die Social Media bis zu einem Teil sicherlich beschädigt hat, war ja das Ziel der DSGVO. Es gibt natürlich auch entsprechend viele kriminelle Machenschaften. Kein IT-System ist vollkommen einbruchsicher. Manche machen es kriminell besonders leicht. Allein im Jahr 2021 wurden 21 Milliarden Datensätze exposed, also gestohlen von 3.605 Hacks. Also auch das ein Phänomen, das uns wohl noch längere Zeit begleiten wird. Und was das für Social Media in erster Linie bedeutet, typischerweise bei solchen Hacks, im Normalfall nicht die großen Seiten, die gehackt werden, sondern der kleine Online-Store, bei dem sie irgendwann vor einem Jahr mal einen Pullover eingekauft haben, der vergisst irgendein Security-Update einzuspielen, wird gehackt. Die jeweiligen Hacker holen sich dann die Liste dieser Registrierungsdaten und hoffentlich keine Kreditkartendaten und probieren dann sozusagen diese E-Mail-Passwort-Kombinationen bei populären Services wie Facebook oder LinkedIn aus. Und wenn es sich dabei um jemanden handelt, der zum Beispiel Facebook beruflich nutzt und Zugriff zu einem Ad-Manager hat, kann man damit schon ganz ordentlichen finanziellen Schaden anrichten. Eine der besten Schutzmethoden dort, wo es möglich ist, immer die Zwei-Schritt-Verifikation aktivieren und, aber das wissen Sie, das haben Sie ja schon oft gehört, auf keinen Fall ein und dasselbe Passwort für unterschiedliche Services verwenden. Kann man gar nicht oft genug betonen, kann einem eine Menge Stress ersparen. Mittlerweile ist oft die Rede von der Algorithm-Ökonomie. Ein Professor für Landschaftsplanung an der TU Wien hat vor Jahren ein Buch geschrieben, Georg Frank heißt er, das nennt sich die Aufmerksamkeitsökonomie. In diesem für damals recht revolutionären Buch argumentiert Professor Frank, dass wir in einer Zeit leben, in der Aufmerksamkeit direkt in Geld verrechenbar ist. Könnte man sagen, Influencer auf Social-Media-Plattformen sind eine direkte Auswirkung dessen. 2021 gab es 24 Zettabyte, 10 auf 21, das war eine ganze Menge Nullen, an neuen Daten, die kreiert wurden. Und dieses Age of Big Data, wie es oft heißt, wird auch nicht enden, weil natürlich gerade AI-Tools in der Lage sind, wissen Sie, wenn Sie schon mal Chat-GPT verwendet haben, unglaublich große Mengen an Daten sehr schnell nicht nur zu analysieren, sondern auch zu generieren. Netflix, Spotify, im Apple-Universum natürlich auch iTunes sind zu den primären Entertainment-Kanalen geworden. Und sozusagen im Lauf dieses Videos, das wir uns hier anschauen, sehen Sie, wie sich die Bevölkerungsentwicklung verändert. Einer der größten Wachstumsmärkte für Social-Media ist Indien, sehr, sehr technologieaffines Land, sehr, sehr hochwertige Ausbildung. Rein von der Zahl her, von den Informatikern, die in Indien ausgebildet werden, könnten wir in den nächsten Jahren auch durchaus einen gewissen Shift erleben. Was wir in den letzten Jahren gesehen haben, so gut wie alle großen Social-Media-Plattformen, nicht so gut wie alle, sondern alle großen Social-Media-Plattformen, kommen aus den USA. Die waren da sehr, sehr schnell. China ist da sicherlich eine Ausnahme von den in China großen populären Social-Networks wie Sina Weiber und so weiter. Bekommen wir außerhalb Chinas nicht so viel mit und vice versa. Bei Indien könnte sich die Sache in den nächsten Jahren schon gänzlich anders entwickeln. Sicherlich auch spannend in dieser Zeit die, ich sage mal, Verfeinerung der demografischen Instrumente, die Einführung von Sinus-Milieus, das ist nichts Neues. Wir haben aber jetzt tatsächlich zum ersten Mal fünf Generationen, die zugleich im Arbeitsleben sind und die sehr, sehr unterschiedliche, nicht nur Wertehaltungen, sondern auch Kommunikationsgewohnheiten pflegen. Traditionist, Traditionalisten, Boomer, Gen-X, Millennials und Gen-Z. Sehr, sehr unterschiedlich und das macht natürlich auch die Kommunikation mit den unterschiedlichen Zielgruppen nicht gerade einfacher. Hier etwas überspitzt dargestellt in dieser Grafik, aber ich glaube, da ist schon einiges Zutreffendes mit dran. Wenn Sie sich diese Jobliste hier anschauen, das ist natürlich auch spannend. Wir sollen uns in einer relativ frühen Phase unseres Lebens für eine Ausbildung entscheiden, aber tatsächlich ein ganz großer Teil der heute gefragtesten Jobs, Stichwort Prompt Engineer oder AI Experte, die gab es vor zehn Jahren schlichtweg noch gar nicht. Bitcoin Broker und solche Dinge, auch getrieben durch die digitale Technologie, ist unser Arbeitsleben in einem rasant schnellen Wandel. Wenn man das ein bisschen mitverfolgt, dann ist natürlich dieser Topos vom lebenslangen Lernen, der uns schon länger begleitet, das wird wohl ein ganz unerlässlicher Skill für die zukünftige Arbeitswelt sein. Ich glaube kaum, dass sich dieser sehr rasante Wandel in den nächsten Jahren in irgendeiner Art und Weise wieder verlangsamen wird. Im Zentrum der heutigen Einheit steht ein, naja, ich sage mal eher sperriges, um nicht zu sagen juristisches Thema, nämlich der Datenschutz. Das Thema Datenschutz ist generell mit Medien und insbesondere mit digitalen Medien sehr, sehr eng verknüpft. Das hat schlichtweg mit der Art und Weise zu tun, wie das Internet technologisch konstruiert ist. Aber bevor wir näher in dieses Thema einsteigen, lassen Sie uns ein wenig zurückgehen. Was sind überhaupt Daten? Was sind persönliche Daten? Die ersten Institutionen, die Daten sammelten, waren Staaten. Der älteste Beleg für eine Volkszählung stammt aus dem alten Ägypten, aus dem Jahr in etwa 2700 vor Christus. Warum könnten Staaten wissen wollen, wie viele Personen sich auf ihrem Hoheitsgebiet befinden? Das sind ganz pragmatische Gründe. Zum einen natürlich, wenn es um die Steuern geht, wie viel Steuern muss ein bestimmtes Dorf bezahlen? Das könnte ja eine Grundlage sein, wie viele Personen wohnen dort. Und in den frühen Hochkulturen auch sehr stark verbunden mit dem Thema Wehrpflicht. Also wenn es darum geht, wie viele Männer, wie viele Kämpfer eine bestimmte Region, ein Dorf, eine Stadt entsenden muss, wenn wieder einmal ein Krieg ansteht, dann ist natürlich auch die Bevölkerungszahl sehr, sehr relevant. Volkszählungen waren, wenn Sie so wollen, der Beginn der systematischen Datensammlung. Österreich hat sich da auch besonders hervorgetan. Unter Maria Theresia fand eine der detailliertesten Volkszählungen in Europa statt. Und wie gesagt, im Lauf der Zeit wurden staatliche Gebilde natürlich immer komplexer. Wenn Sie daran denken, egal in welchem Staat Sie leben, europäische, westliche Staaten haben eine Menge Daten über ihre Bürger. Da hängen nicht nur Steuerthemen und Wehrpflicht, sondern eine ganze Menge mehr Dinge dran. Diese Daten werden von zentralen, vertrauenswürdigen, hoffentlich staatlichen Institutionen verwaltet. Im Lauf der Zeit, oder beziehungsweise, wenn Sie so wollen, im vordigitalen Zeitalter, begannen natürlich Unternehmen ebenfalls Daten zu sammeln. Je nachdem, welche Art von Unternehmen, um welche Art von Unternehmen es sich handelt, mehr oder weniger Daten. Denken Sie an Mail-Order-Unternehmen vor dem Internet, Katalogbestellungen und so weiter. Natürlich hatten die auch umfangreiche Adressverzeichnisse und Adressdatenbanken. Genauso aber klassische Kundendateien, die Unternehmen eben führen. Das heißt, diese persönlichen Daten befanden sich schon sehr lange Zeit in einem hohen Ausmaß in der Hand von staatlichen Institutionen und Unternehmen verwalteten auch vor dem Internet bereits Daten ihrer Kunden. Was ist die Besonderheit an digitalen Medien? Ich habe es vorhin schon angesprochen, die Art und Weise, wie das Internet technologisch funktioniert, geht eben davon aus, und ich habe es in der ersten Einheit schon mal erwähnt, aber ich möchte es Ihnen hier nochmal ganz grundsätzlich diskutieren, die Idee des Internets war ja zu einem hohen Grad, eine dezentrale Kommunikationsinfrastruktur zu schaffen, in der die einzelnen Teilnehmer, ich gendere hier bewusst nicht, weil mit den Teilnehmern meine ich Geräte, also die einzelnen Computer, Terminals, wenn Sie so wollen, direkt untereinander verbunden sind, ohne zentrale Vermittlungsstelle, wie es im analogen Telefonsystem üblich war. Diente bis zu einem gewissen Grad auch dem Schutz der Infrastruktur, damals in dieser Zeit natürlich stark geprägt, auch von der Befürchtung eines Atomschlags. Damit diese Computer nun miteinander kommunizieren können, müssen die natürlich in der Lage sein, sich gegenseitig zu identifizieren. Wenn ich, es sind technisch sehr vereinfachte Beispiele in der Praxis, sind da natürlich Server zwischengeschalten, aber nur zum Verständnis. Wenn ich direkt auf Ihren Computer zugreifen möchte, dann muss dieser Computer öffentlich im Internet erreichbar sein und ich brauche ja irgendeine Art von Adresse. Im normalen Internet, im World Wide Web, wenn Sie auf eine Webseite zugreifen, dann nutzen Sie in der Regel entweder eine Suchmaschine, wir sagen aus alter Gewohnheit, eine Suchmaschine in der Praxis ist das im Normalfall Google, oder Sie lesen einen Artikel, klicken dort auf einen Link, oder es handelt sich um eine Seite, die Sie häufiger besuchen und Sie haben sich die Domain gemerkt und Sie geben dann diese Domain ein, ORF.at beispielsweise. Dieses DNS oder Domain Name System, also Namen für Webseiten, Domains eben, URLs, ist nichts weiter als eine Krücke, wenn Sie so wollen, weil wir uns Zahlen sehr schlecht merken können. Technisch betrachtet ist jeder im Internet erreichbare Computer nicht nur sozusagen über diesen Namen aufrufbar, über diesen Servernamen, sondern auch über eine sogenannte IP-Adresse. Technisch gesehen handelt es sich dabei um eine Vierergruppe aus jeweils drei Zahlen, also drei Zahlen mit Punkten dazwischen, viermal und das ergibt eine eindeutige Nummer, mit der eben einzelne Computer angesprochen werden können. Ich habe vorhin schon gesagt, das ist sehr, sehr vereinfacht für die technisch versierteren unter Ihnen. Es gibt mittlerweile IP 6, diese zwölf Zahlen haben nicht mehr ausgereicht mit der anwachsenden Zahl von Computern, aber das sind technische Details, die uns hier nicht weiter interessieren wollen. Der Punkt ist jetzt, wenn ich auf Ihren Computer zugreife, wenn ich also beispielsweise in meinem Browser die IP-Adresse Ihres Computers eingebe, das können Sie auch bei jedem Server machen. Wenn Sie ORF aufrufen und die IP-Adresse wissen, kann man auch herausfinden, dann können Sie die genauso statt ORF-AT in die Adresszeile eingeben. Damit weiß unter Anführungszeichen Ihr Browser, auf welchen Computer er zugreift. Wenn Sie ORF-AT eingeben, dann ist dazwischen ein sogenannter DNS-Server, ein Domäne im Server geschalten und der sagt sozusagen Ihrem Computer, welche IP-Adresse, welche Zahl gehört zu dieser Domain. Wie auch immer, Grundlage sozusagen dieser Adressierung sind diese IP-Adressen. Und der interessante Teil ist nun, wenn Sie auf oder wenn ich auf Ihren Rechner zugreife, dann brauche ich Ihre IP-Adresse, aber wie gesagt, aufgrund der Art und Weise, wie das Internet technisch funktioniert, erfährt Ihr Computer automatisch unter Anführungszeichen bei diesem Zugriff auch die IP-Adresse meines Rechners. Das gilt ganz genauso, wenn Sie irgendeine Webseite aufrufen, sei es jetzt ORF oder Universität Wien oder was auch immer, dann erfährt der Betreiber oder der Server, auf dem diese jeweilige Seite gehostet ist, Ihre IP-Adresse. Warum ist das ein Thema und warum beginne ich hier mit einer so vergleichsweise langwierigen und komplizierten technischen Erklärung? Nun ja, diese IP-Adresse, die bekommen Sie von Ihrem Internet-Provider. Wenn Sie gerade mit Ihrem Smartphone online sind, dann teilt Ihnen A1 oder Magenta oder eben Ihr jeweiliger Provider diese IP-Adresse zu. Genauso, wenn Sie eine DSL oder eine Standleitung verwenden, die IP-Adresse kommt von Ihrem Provider. Wenn Sie jetzt auf den ORF zugreifen, dann sieht der ORF Ihre IP-Adresse, weiß aber Ihren Namen nicht. Die einzige Institution, die diese Verbindung zwischen Ihrem Namen und der IP-Adresse herstellen kann, ist Ihr Provider. Denn der weiß nämlich zum Beispiel, am 20. März bei dieser Handy-Session hatte unser Kunde Richard Bettauer diese IP-Adresse. Das spielt eine Rolle in der Verbrechensbekämpfung, in der Ausforschung von digitalen Verbrechen. In vielen Fällen ist es nämlich möglich, tatsächlich über diese IP-Adresse die Identität der jeweiligen Person festzustellen. Die Polizei oder die jeweiligen ermittelnden Behörden können das nicht von sich aus tun, sondern die müssen beim Provider anfragen. Und die Gesetzeslage in Österreich ist eben so, dass die Provider dann auch verpflichtet sind, wenn es um eine entsprechende Anfrage der Staatsanwaltschaft handelt, diese Daten auch herauszugeben. Könnte jetzt ein bisschen so klingen, als ob das Internet ganz und gar nicht anonym wäre. Es gibt natürlich auch, und die werden gerade von Cyberkriminellen auch umfassend genutzt. Sehr viele Mittel und Wege, um diese IP-Adresse zu obfuscaten oder zu verschleiern, seien es VPN-Networks oder andere technische Methoden. Wenn Sie das nicht tun, wären Sie damit aber relativ leicht identifizierbar. Fußnote, dasselbe technische Prinzip, das kennen Sie vielleicht, wenn Sie Netflix nutzen. Die haben ja unterschiedliche Streaming-Programme in unterschiedlichen Ländern. Das heißt, wenn Sie einen österreichischen Netflix-Account haben, bzw. wenn Sie in Österreich sitzen, können Sie auf bestimmte Programme nicht zugreifen. Und um das zu umgehen, gibt es VPN-Anbieter, die täuschen dann sozusagen Netflix vor, dass Sie in einem anderen Land sind. Und der Mechanismus, wie das funktioniert, ist eben eine andere IP-Adresse, weil jedes Land auch bestimmte IP-Adress-Ranges hat. Soweit zu den technischen Grundlagen. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, na gut, das mag relevant sein für die Strafverfolgung, aber wenn die jeweilige Institution ohnehin meinen Namen dabei nicht herausfindet, was ist dann das Datenproblem. In der Entwicklung des Internet gab es nicht nur im Hinblick auf die Recherche, auf die Suche, auf Social-Media-Plattformen viele Evolutionssprünge, sondern auch im Hinblick auf Werbung. Wenn Sie an das klassische analoge Werbesystem denken, haben wir hier die Situation, dass Sie als Werbetreibender sich in einem ersten Schritt überlegen, wer ist meine Zielgruppe und über welches Medium kann ich diese Zielgruppe am effizientesten erreichen. Wenn sich Ihr Produkt an eine sehr breite Öffentlichkeit richtet, sagen wir mal Klassiker, Sie verkaufen Zahnpasta, keine spezielle Zahnpasta für Kleinkinder oder Senioren, ganz normale Zahnpasta, dann könnte eine Anzeige in einem sehr breiten Medium, Fernsehhauptabendprogramm oder einer reichweitenstarken starken Tageszeitung Sinn machen. Wenn Ihr Produkt sich an eine sehr spezifische Zielgruppe richtet, zum Beispiel Hebebühnen für Autowerkstätten, dann wird es wahrscheinlich mehr Sinn machen, wenn Sie Ihre Anzeige in einer entsprechenden Fachzeitschrift schalten, die eben primär von Autowerkstättenbetreibern gelesen wird. Das war so die Situation vor dem Internet. In jedem Fall hatten Sie dabei einen gewissen Streuverlust. Interessant wären und in der Beginnzeit des Internet, sag mal in den 90er Jahren, zweite Hälfte der 90er Jahre, wurde der Großteil der Online-Werbung tatsächlich so geschalten. Es handelte sich um Banner-Werbung, die eben an möglichst passenden Stellen platziert wurde. Mit der technischen Weiterentwicklung des Internet, nicht nur mit Social Media, aber dadurch nochmal befeuert, Sie werden gleich verstehen warum, kam natürlich auch sehr schnell die Begehrlichkeit auf, über das Surfverhalten der einzelnen Nutzerinnen festzustellen, wofür die sich denn interessieren. Wenn Sie regelmäßig Mode-Seiten oder Mode-Online-Shops besuchen und jemand in der Lage wäre, nachzuvollziehen, dass Sie sich für dieses Thema interessieren, dann könnte man diese Daten natürlich ganz wunderbar nutzen, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen. Es ist die Frage, wie kann man so etwas über mehrere Seiten hinweg tracken und da entstanden, wie gesagt, Ende der 90er Jahre und dann immer elaborierteren Systeme, diverse Tracking-Methoden. In der Praxis handelte es sich dabei um diese sogenannten Marketing-Pixel. Sie kennen das auch, Sie haben sicher schon hunderte, wahrscheinlich tausende normale irgendwelche Einverständnis-Erklärungen, Cookie-Banner und so angeklickt. Da müssen Sie sich, oder da dürfen Sie, das korrekt gesagt, da dürfen Sie mittlerweile aussuchen, ob man sie tracken darf oder nicht. Das ist eine der Auswirkungen der DSGVO. Vor der DSGVO war das nicht so, sondern jeder hat eben seine Tracking-Pixel eingebaut und diese Tracking-Pixel kommen von, ja im Normalfall von Drittinstitutionen, sei es Google oder sei es spezialisierte Marketing- Netzwerke. Und ganz viele Seiten bauen diese Pixel ein und daraus ergeben sich so Interessensprofile. Die sind jetzt erstmal nicht mit Ihrem Namen verknüpft, aber mit Ihrer IP-Adresse. Im Normalfall, da gibt es ein paar technische Ausnahmen, bleiben IP-Adressen relativ lange konstant. Wenn Sie eine ADSL oder eine Standleitung haben, haben Sie im Normalfall immer dieselbe IP-Adresse und da sieht der Betreiber im Lauf der Zeit dann auch sozusagen, aha, diese Person oder besser gesagt diese IP-Adresse ruft regelmäßig immer wieder eben beispielsweise Modeseiten auf. IP-Adressen sind nicht die einzige Möglichkeit zu Tracking. Es gibt auch Cookies, das ist sicher auch ein Begriff. Das sind kleine, technisch betrachtet, kleine Textdateien, kleine Informationsschnipsel, die Webseiten auf Ihrem Computer hinterlassen. Ihr Browser, je nachdem ob Sie jetzt Firefox oder Chrome oder Opera verwenden, hat dafür einen speziellen Ordner und Webseiten können dort Cookies hinterlassen. Es gibt unterschiedliche Arten von Cookies, funktionale Cookies. Wenn Sie sich bei einer Seite einloggen, beispielsweise bei einem Online-Forum, dann wird Ihr Login für eine gewisse Zeit lang, je nachdem wie das bei der Seite eingestellt ist, ja gespeichert. Kennen Sie, Sie müssen sich nicht bei jedem Besuch einloggen. Technisch gesehen ist auch das ein verschlüsseltes Cookie. Das sind die sogenannten funktionalen Cookies. Marketing- und Tracking-Cookies schreiben einfach nur einen Code auf Ihrem Computer, der an andere Seiten kommuniziert. Hey, der hat sich das und das oder die hat sich das und das angeschaut oder sich für diese Themen interessiert. Und basierend auf diesen Daten kann man Ihnen dann eben sehr individualisierte Werbung anzeigen. Es gibt dazu zwei Sichtweisen. Das eine ist, alles was technologisch machbar ist, sollte man auch ausnutzen. Werbung ist sowieso ein Bestandteil des Internet. Also dann lieber wenigstens personalisierte Werbung sehen. Das ist die eine Einstellung. Die zweite, und die ist die, die sich meiner persönlichen Meinung nach zum Glück durchgesetzt hat bei der DSGVO. All diese Daten, diese Interessensprofile sind in einer Welt, in der digitale Beziehungen, in der ja, agieren in virtuellen Räumen von großer Bedeutung ist, sehr, sehr wichtig und die Personen, also wir, sollten jeweils die Kontrolle über diese Daten haben. Nach diesem Beispiel, die ich Ihnen das erzählt habe, denken Sie sich vielleicht, das ist ein bisschen überbewertet. Na gut, es gibt ein paar Unternehmen, die uns personalisierte Werbung anzeigen und es gibt Staaten, die Daten speichern. Aber warum diese Riesendiskussion? Die tatsächliche Gefahr oder die Bedrohung liegt in zwei Bereichen. Zum einen waren bisher die einzigen Akteure, die in, ich würde jetzt nicht sagen lückenlos, aber nahezu lückenlosem Maß über Bevölkerungsdaten aller Art verfügen, waren es Staaten. Mit der zunehmenden Popularität von Internet-Services und ganz besonderen Social-Media-Plattformen gab es plötzlich eine zweite Art von Player, wenn Sie so wollen, die riesige, umfangreiche Datensammlungen generieren. Facebook ist glaube ich, wie wäre das, wenn man es macht, von der Bevölkerung her vergleicht, wäre Facebook glaube ich drittgrößter Staat der Erde oder so, korrigieren Sie mich bitte, wenn ich da falsch liege. In jedem Fall laufen da natürlich riesige Datenmengen auf. Aus Sicht der Social-Media-Plattformen ist es hochgradig interessant und wir werden später im Lauf des Semesters noch eine dedizierte Einheit zu Social-Media-Werbung haben, ist es natürlich genauso interessant, diese personalisierten Daten möglichst gut auszuwerten, beziehungsweise auch zu kombinieren mit Tracking-Daten aus anderen Quellen. Das kann in harmlosen Bereichen auf der, ja, ich sage mal auf der Ebene der personalisierten Werbung sich abspielen, das kann aber auch ganz schnell ausgesprochen unangenehme Auswirkungen haben. Stellen Sie sich beispielsweise folgende Situation vor, Sie beziehen den Großteil Ihrer Lebensmittel online, es gibt ja heutzutage etliche Personen, die das machen, Sie leben in einem Single-Personenhaushalt und kaufen ständig überdurchschnittlich große Mengen an hochprozentigem Alkohol. Jetzt könnte man sagen, wenn Sie nicht am Markt Alkohol verkaufen oder Ihre eigenen Liköre ansetzen, dann werden Sie vermutlich ein Trinkverhalten haben, das langfristig Ihrer Leber beziehungsweise Ihrer Gesundheit nicht sehr zuträglich sein wird. Stellen Sie sich weiter vor, Sie möchten nun eine private Zusatzkrankenversicherung abschließen, auch etwas, das immer mehr Leute tun und Sie holen dann verschiedene Angebote ein. Ich glaube, dann ist es relativ leicht ersichtlich, dass es einen beträchtlichen Unterschied macht, ob die Versicherung, und gerade in diesem Bereich ist das sehr sensibel, Versicherungsmathematik, Risikomathematik, beispielsweise auf Ihre Konsumdaten Zugriff hat. Warum? Bei einem stark erhöhten Alkoholkonsum, genauso wie bei Rauchern und so weiter, wird die Versicherung von Ihnen höhere Beitragssummen verlangen, weil schlichtweg die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mehr medizinische Aufwendungen benötigen, höher ist. Zweite Thema ist, Facebook sammelt diese Daten und nutzt sie zur Ausspielung von Werbung, Facebook nur stellvertretend für andere große Plattformen. Wer stellt denn sicher, dass diese Daten sicher verwahrt werden und nicht an Dritte weitergegeben? Es gibt nicht erst, das war bereits auch im analogen Direct-Marketing-Bereich üblich, es gibt eine ganze Reihe von Anbietern, ich würde mal sagen, die meisten, würde ich zumindest in meiner Welt jetzt nicht das überdurchschnittlich seriös bezeichnen, wo Sie bestimmte Adresslisten kaufen können zu bestimmten Branchen, Gebieten. Früher waren das postalische Adressen, mittlerweile sind das E-Mail-Adressen, und dann können Sie die Leute zuspammen. Da sind natürlich auch häufig Daten, die aus allen möglichen verschiedenen Quellen stammen. Noch brisanter wird das Ganze im politischen Bereich. Wir leben in westlichen Demokratien und sind im Vergleich zu autoritären Regimen hohe Freiheitsgrade gewohnt, aber es gibt mittlerweile ein Beispiel, dass dem berühmten Buch, Sie haben schon gehört, von 1984 von George Orwell, Titel 1984, weil er das Buch 1948 veröffentlicht hat, die Utopie oder besser gesagt Dystopie eines autoritären, perfektionierten Überwachungsstaates, in dem Big Brother, wie Orwell diese Institution nennt, eben alles mitverfolgt, was sie tun. Wir haben jetzt in China seit zwei oder drei Jahren mit dieser Implementierung des sogenannten Social Scoring Systems eine, ja, ich würde mal sagen, ziemlich ambitionierte Umsetzung dieser Dinge, die George Orwell hier beschreibt. Sie bekommen in China für sozial unerwünschtes Verhalten, wenn sie so wollen, Strafpunkte und da fällt jede Kleinigkeit rein, sei es jetzt, dass sie mal eine zu laute Party feiern und die Polizei kommen muss, wahrscheinlich nicht so üblich in China, oder dass ihr Auto falsch parken bis hin zu gröberen Verstößen. Auch natürlich politisch unliebsame Äußerungen, das verringert ihren Score und das hat dann ganz konkrete Auswirkungen. Ab einer gewissen Mindestpunktezahl bekommen Sie keinen Pass mehr, dürfen nicht ausreisen, das hat Implikationen auf die Wohnungsvergabe und so weiter und so weiter. Sie sehen, das ist alles andere als eine triviale Frage, sich zu überlegen, wer darf diese Daten speichern und wer darf wie damit umgehen. Und diese DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, die war bzw. ist gemeinsam mit ihren Nachfolgeregelungen, den DSE, der Versuch der Europäischen Union, hier ein umfassendes Regelwerk zu schaffen. Die Grundstoßrichtung, das ist wichtig zu verstehen, wir wissen ja, die Europäische Menschenrechtskonvention regelt bzw. legt eine Reihe von unumstößlichen Grundsätzen fest, im Zusammenhang mit der Würde des Menschen, körperlicher Unversehrtheit und so weiter. Das kennen Sie alles. Dies, wenn Sie so wollen, die ideologische Grundlage der europäischen Verfassungen, diese Grundsätze können auch nicht durch Gesetze außer Kraft gesetzt werden. Die DSGVO ist nicht weniger als der sehr ambitionierte Versuch, Datenschutz rechtlich ebenfalls möglichst in den Rang eines Menschenrechts zu heben. Als dermaßen wichtig hat die Europäische Union diesen Bereich erkannt und ich war damals, als die DSGVO verabschiedet wurde bzw. implementiert wurde, auch bei einigen Diskussionen und EU-Veranstaltungen. Das war ausgesprochen spannend, weil das ist tatsächlich weltweit der ambitionierteste Versuch, dieses Thema zu regeln. Aber wenn wir kurz auf die Geschichte blicken. 1970 gab es das erste digitale Datenschutzgesetz der Welt, übrigens in Hessen, in Deutschland. Noch vor dem Internet, das bezog sich eher auf den Umgang mit Datenspeicherung in Mainframes und Rechnern. Bereits 1983 hat das Höchstgericht in Deutschland das Recht auf informationelle Selbstbestimmung bestätigt. Auch sehr sehr früh, wenn Sie bedenken, 1983 war das Internet noch kein gesellschaftliches Thema. Und schon 1995, also auch noch über 20 Jahre vor dem Inkrafttreten, hat sich die Europäische Union dann mit dieser Direktive über den Datenschutz begonnen zu beschäftigen. Und 2000 beschloss man dann das Safe Harbor Abkommen. Das ist auch erwähnenswert, was bedeutet Safe Harbor? Wir haben hier ein sehr spezifisches Problem. Ein Staatengebilde, ein multinationaler Staat, Staatenverbund beschließt, strengere Datenschutzregeln einzuführen. Die zielen grundsätzlich mal auf alle Unternehmen, Organisationen, Institutionen ab, die Daten speichern. Aber die Big Seven, die großen digitalen Anbieter, kommen alle aus den USA. Das ist natürlich schwierig. Wie wollen Sie ein anderes Land zwingen, Ihre Gesetze einzuhalten? Und Sie allein an die unterschiedlichen Bestimmungen, was legal ist, was illegal ist, denken, Stichwort nackte Brüste in den USA, riesengroßer Skandal, in Europa kein großes Thema. Wie soll das dann bei einem so umfassenden Regelwerk funktionieren? Wenn eigentlich diese Daten, zumal bei Social Media Netzwerken, um die es hier geht, alle in den USA gespeichert werden. Das war in einem Safe Harbor Abkommen geregelt. Und dieses Safe Harbor Abkommen sagte im Wesentlichen, amerikanische Anbieter, die Daten europäischer Kunden speichern, müssen das in den USA auf Servern nach den selben Sicherheitsstandards tun, die in Europa gelten. Man könnte fast sagen, das war, und das wurde ja auch von Beginn an stark kritisiert, eine etwas österreichische Lösung. Man hat halt gesagt, ja, ihr müsst das so machen, wirklich überprüfbar war das niemals. Und was Sie hier auf dieser Grafik sehen, das ist auch interessant, wenn man das gegenüberstellt, die rote Linie ist sozusagen die Entwicklung der Informationstechnologie und die blaue Linie die Relevanz von Datenschutz. Und Sie sehen, Safe Harbor wurde kurz vor den 9-11 Terrorangriffen beschlossen. Und die haben eine ganze Menge geändert. Warum? Weil nach diesem Angriff auf die World Trade Center Towers die USA ihre Gesetzgebung, speziell im Hinblick auf Terrorismusbekämpfung, drastisch verändert haben. Die Homeland Security wurde gegründet und es war plötzlich Überwachung. Ed Snowden hat das später sehr ausführlich und beeindruckend dokumentiert, in einem Umfang, in einem Ausmaß möglich, der früher eigentlich nicht denkbar gewesen wäre. Zugleich kam es dann natürlich auch mit der stärkeren Prävalenz der digitalen Technologie zu immer mehr Problemen mit Hacks und Data Breaches. 2009 beschlossen dann einzelne europäische Staaten strengere Gesetzgebungen. 2015 wurde dieses Safe Harbor Abkommen, wegen Sinnlosigkeit unter Anführungszeichen, außer Kraft gesetzt. Und 2018 trat dann die DSGVO in Kraft. Und ich habe Ihnen vorher schon gesagt, das ist ja alles andere als eine triviale Situation, wenn Sie als ein Staat oder als ein Staatengebilde andere Anbieter, die sich nicht auf ihrem Hoheitsgebiet befinden, zwingen wollen, sich an ihre Gesetzgebung zu halten. Die DSGVO oder International GDPR, für General Data Protection Regulation, hat dazu einen interessanten und eher ungewöhnlichen Ansatz in der multinationalen Gesetzgebung gewählt, und zwar das Marktortprinzip. Die Prinzipien und die Grundsätze der DSGVO gelten nicht nur für sämtliche Unternehmen innerhalb der EU, sondern für sämtliche Unternehmen weltweit, die ihre Services in der EU anbieten. Das heißt, wenn Sie ein thailändischer Apartmentvermieter sind, der seine Unterkünfte auch in einem oder mehreren Ländern der Europäischen Union anbietet, zum Beispiel über einen Onlineshop, über ein Buchungssystem, dann sind Sie im Umgang mit den Kundendaten ebenfalls verpflichtet, sich an die DSGVO zu halten. Eine andere Frage ist natürlich, und das hängt vom jeweiligen Land ab, die Durchsetzbarkeit. Aber das war mal grundsätzlich die Idee. Und natürlich, wie gesagt, es gab da schon eine lange Diskussion, die dem voranging, aber im März 2016 wurde die erste offizielle Fassung der europäischen DSGVO formuliert und vom Parlament ratifiziert. Und Sie wissen ja, in der europäischen Gesetzgebung gibt es diese Implementierungsperiode. Das heißt, das Europäische Parlament beschließt ein Gesetz, und dann haben die Nationalstaaten eine bestimmte Zeit, um dieses Gesetz zu implementieren. Das waren in dem Fall zwei Jahre. Wenn ein Staat bei dieser Umsetzung in nationale Gesetzgebung bremsen würde, sich verzögert, dann würde der Entwurf sozusagen direkt in Kraft treten. Also da gab es auch keine Möglichkeit, das irgendwie rauszuzögern. Das mussten alle EU-Mitglieder machen. Nachdem es sich um ein sehr, sehr ambitioniertes Gesetzesverfahren handelt, konnte in diesem ersten Entwurf nicht alles umfassend geregelt werden. Aber, wie gesagt, die Hauptstoßrichtung, dass man in erster Linie eben darauf abzielte, aus dem Datenschutz, aus dem ganzen Thema ein Menschenrecht, ein Grundrecht zu machen, die zieht sich mal durch dieses gesamte Gesetzeswerk. Ein zweites Thema war natürlich auch, dass die Europäische Union in diesem wirtschaftlich ausgesprochen bedeutenden Bereich eine stärkere Homogenisierung der europäischen Gesetzeslage erreichen wollte. Es gab vorher unterschiedliche, zwar ähnliche, aber dennoch in Details stark unterschiedliche nationale Gesetzgebungen. Es gilt, wie so oft, im Gesetzgebungsbereich hier zwei Dinge miteinander abzuwägen. Zum einen der Schutz personenbezogener Daten. Darum geht es ja in der DSGVO im Zentrum. Und zum zweiten aber der freie Verkehr personenbezogener Daten. Sie wissen, ein wichtiges Prinzip in der Europäischen Union ist die Niederlassungsfreiheit, das Schengen-Abkommen, das länderübergreifende Reisen ohne Grenzkontrollen ermöglicht und so weiter. Und da gehört tatsächlich auch innerhalb der EU zumindest der freie Verkehr personenbezogener Daten dazu. Es ist nicht ganz trivial, diese beiden Anforderungen auszutarieren. Sie können, wenn Sie juristisch interessiert sind und sich näher damit befassen möchten, dann können Sie den offiziellen Gesetzestext sowohl der Grundverordnung, wie ihn die EU beschlossen hat, als auch der österreichischen einzelnen Länder, Umsetzungen im Detail durchsehen. Das sind sehr, sehr umfassende Gesetzeswerke. Mir geht es in dieser Einheit nur darum, Ihnen die Grundideen beizubringen. Das erste Prinzip der DSGVO ist das Verbot der Datenspeicherung. Das mag jetzt erstmal überraschen. Wie soll man überhaupt heutzutage irgendwelche Geschäfte betreiben, ohne Daten zu speichern? Nun ja, die DSGVO sagt, es ist grundsätzlich verboten, Daten zu speichern außer. Das bezeichnet man im juristischen Bereich als taxative Methode, als taxative Aufzählung. Das heißt, es gibt bestimmte Fälle, in denen Sie Daten speichern dürfen unter bestimmten Umständen. In allen anderen Fällen ist das mal grundsätzlich verboten. Wichtig zu erwähnen ist natürlich auch, dass die DSGVO grundsätzlich nur für Unternehmen und Organisationen gilt und nicht für Privatpersonen. Allerdings ist die Flughöhe da relativ gering, sobald Sie in der Praxis beispielsweise eine Webseite, einen Blog betreiben, aus dem Sie in irgendeiner Art und Weise einen, wie das so schön heißt, wirtschaftlichen Vorteil ziehen. Also konkret gesagt, indem Sie beispielsweise Produkttests machen und dafür Proben zugeschickt bekommen, würde ein Gericht das bereits als professionelles wirtschaftliches Angebot bezeichnen. und Sie fallen dann auch unter all diese Regelungen. Grundsätzlich fordert die DSGVO das Prinzip Privacy by Design. Das heißt, bei der Entwicklung neuer Tools, Geschäftsmodelle sollte Datensparsamkeit beziehungsweise sollten diese Regeln bereits grundsätzlich mitgedacht werden. Die DSGVO unterscheidet zwischen zwei Arten von sogenannten personenbezogenen Daten, um die geht es ja. Normale personenbezogene Daten und sensible Daten, zu denen etwa Religionszugehörigkeit oder beziehungsweise medizinische Daten gehören. Die unterliegen nochmal besonderen Einschränkungen. Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Wie jedes Gesetz lässt dieser Definition einiges an Gestaltungsspielraum und ich habe auch ganz bewusst begonnen mit der Erklärung des IP-Adress-Systems, denn eine der großen Diskussionen war, ist die IP-Adresse ein personenbezogenes Datum oder nicht. Wie gesagt, der Serverbetreiber kann die im Normalfall nicht dem Namen zuordnen, außer sie registrieren sich dort und geben ihren Namen mal ein. Es herrscht keine komplette Einigkeit unter Juristen drüber, aber ich sage mal so, die Mehrheit war eigentlich der Ansicht, dass es sich durchaus um personenbezogene Daten handeln könnte. Das ist auch der technische Hintergrund, warum in der korrekten Umsetzung der DSGVO es seitdem quasi verboten ist, IP-Adressen komplett und längerfristig zu speichern. Auch Google Analytics musste aufgrund der DSGVO einiges an Technologie umstellen. Das heißt, diese personenbezogenen Daten bzw. die besonders schützenswerten personenbezogenen Daten, da gehört alles Mögliche dazu. Nicht nur die IP-Adresse, sondern auch Gerätekennungen. Jedes Smartphone hat eine eindeutige E-Mail, Mobiltelefonnummern, Adressen, Nutzungsdaten, diverser Services, Kontaktdaten, Kalendereinträge, selbstverständlich auch persönliche Nachrichten, Kontoverbindungsdaten, eigentlich alles, was so an persönlicher Kommunikation anfällt. Die DSGVO regelt nun, wie bzw. wie nicht derartige Daten verarbeitet werden dürfen. Zur Verarbeitung gehört logischerweise das Erheben der Daten, das Erfassen, die Organisation, die Ordnung, die Speicherung, Anpassung, Veränderung, Auslesen, ja kurz gesagt eben alles, was man mit solchen Daten tun kann. Eine unmissverständliche Forderung besteht in der sogenannten Einwilligung. Sobald irgendjemand Ihre Daten irgendwo speichert, müssen Sie explizit darauf hingewiesen werden und einwilligen. Also seit 2018 gibt es auch in jedem Kontaktformular, das Sie abschicken, bei jedem Kommentar, das Sie auf einer Webseite schreiben, bei jeder Registrierung eine extra Checkbox. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten gespeichert werden dürfen. Das soll für mehr Transparenz sorgen. Und all das, was ich Ihnen hier erkläre, gilt grundsätzlich erstmal für volljährige Erwachsene. Minderjährige Personen sind hier nochmal besonders geschützt und brauchen in vielen Fällen für diese Datenspeicherung. Ob das in der Praxis jetzt so gehandhabt wird oder nicht, ist eine andere Frage. Also bräuchten in der Praxis für die Speicherung Ihrer Daten sogar das Einverständnis der erziehungsberechtigten Personen. Sie müssen aber nicht nur dokumentieren oder Sie müssen nicht nur darauf hinweisen, dass Sie diese Daten speichern, sondern Sie müssen auch genau sagen, wie und wo und wer Sie sind. Das bezieht sich jetzt auch auf so Dinge wie Impressumspflicht und ebenfalls seit 2018 ein absolutes Muss auf jeder Webseite, die Datenschutzerklärung, in der eben genau die Identität des Unternehmens geklärt werden muss, die Zuständigen und in der sämtliche Zwecke der Datenerhebung genau dokumentiert werden müssen. Und das ist bei modernen Webseiten natürlich alles andere als trivial. Das kennen Sie sicherlich auch alle aus Ihren persönlichen Surferlebnissen. Es gibt immer wieder Seiten, seien es jetzt Medienseiten oder sonstige, die in Ihre eigenen Artikel-Elemente aus Social Media einbinden. Beispielsweise ein Tweet, das da eingebunden ist. Im Normalfall oder bei korrekt implementierten Seiten wird dieses Tweet nicht sofort geladen, sondern Sie müssen nach dem Besuch der Seite auf irgendeinen Schalter, Button oder sonst was klicken und sagen, ich bin damit einverstanden, dass diese Information von Twitter geladen wird. Technischer Hintergrund dazu ist wiederum genau dieses IP-Adress-Thema. Wenn Sie der Standard-AD besuchen und Standard bindet irgendein Tweet ein und lädt dieses Tweet von den Twitter-Servern, dann bekommt nicht nur der Standard Ihre IP-Adresse, sondern auch Twitter. Also auch hier wieder eine Datenweitergabe. Es geht aber nicht nur um die Dokumentation. Sie müssen Ihren Subjekten, so nennt die DSGVO, die Personen, deren Daten gespeichert werden, jederzeit die Möglichkeit geben, abzufragen, welche Daten über Sie gespeichert sind, diese Daten gegebenenfalls zu korrigieren oder auch löschen zu lassen. Das heißt, auch wenn Sie einmal zugestimmt haben, dass irgendjemand Ihre Daten speichern darf, können Sie das jederzeit wieder rufen und wenn da irgendwas nicht umgesetzt wird, dann gibt es mittlerweile in sämtlichen europäischen Ländern dedizierte Datenschutzbehörden. Da hätten Sie dann auch die Möglichkeit, Beschwerde einzulegen. Kann man jetzt beim Finanzamt anrufen und sagen, ich kann leider keine Steuererklärung abgeben, habe alle meine Daten gelöscht, DSGVO-konform? Natürlich nicht. Es gibt bestimmte rechtliche Ausnahmen. Sie dürfen, die DSGVO erlaubt Ihnen lediglich Daten so lange zu speichern, wie Sie sie für die konkreten Zwecke jeweils benötigen. Das heißt, wenn jemand den Newsletter Ihres Unternehmens abonniert, dann dürfen Sie die E-Mail-Adresse bzw. den Namen so lange speichern, bis die Person diesen Newsletter abbestellt. Es gibt allerdings einige andere rechtliche Regeln aus dem Wirtschaftsrecht, eben Rechnungen müssen acht Jahre aufbewahrt werden. Die sind natürlich dann ausgenommen von solchen Löschungen. Für persönliche Daten gilt das aber immer. Um zu demonstrieren, wie ernst es der Europäischen Union mit Datenschutz ist, wurden für Verstöße gegen die DSGVO enorm hohe Bußgelder festgelegt, die auch für sehr viel Diskussion sorgen zu Beginn. Das können theoretisch, zumindest bei größeren Unternehmen, bis zu 20 Millionen Euro für einen Verstoß sein, bzw. bis zu zwei Prozent des weltweiten Jahresumsatzes. Die letzten Jahre haben allerdings auch gezeigt, dass hier nicht so heiß gegessen wird, wie gekauft. In den meisten Fällen kommt es bei gemeldeten Verstößen erstmal zu Verwarnungen und diese sehr, sehr hohen Bußgelder kommen eigentlich erst bei, wie nennt man das juristisch, bei Unansichtigkeit oder mehrfachen Verstößen zum Tragen. Diese Rechte der Betroffenen nennt die DSGVO Informationsrecht, Auskunfts- und Widerspruchsrecht, beziehungsweise Recht auf Berichtigung und Löschung und Datenübertragbarkeit wurde hier auch vorgeschrieben. Was bedeutet das? Das ist eine Regelung, die sehr konkret auf Social Media Plattformen abzielt. Wenn Sie jetzt Facebook oder LinkedIn oder Twitter eine Zeit lang oder sogar mehrere Jahre benutzen, dann entstehen da natürlich eine Menge Daten, je nach Plattform. Auf Twitter, wenn Sie das aktiv nutzen, eine Menge Tweets und Replies, LinkedIn, andere Arten von Daten. Und die DSGVO verlangt, dass Sie, wenn Sie jetzt sagen, ich möchte das nicht mehr nutzen, dass Sie Ihre eigenen Daten da alle mitnehmen dürfen, müssen. In der Praxis wurde das realisiert über diese Download-Funktion. Sie finden auf jeder Social Media Plattform irgendwo in den Settings die Möglichkeit, einen Dump Ihrer eigenen Daten herunterzuladen. Das ist sozusagen die technische Umsetzung dieser Datenübertragbarkeit. Personenbezogene Daten sind immer dann zu löschen, wenn die Speicherung nicht mehr notwendig ist, wenn jemand seine Einwilligung zurückzieht und, wie gesagt, dem keine anderweitigen rechtlichen Verpflichtungen gegenüberstehen. Beziehungsweise, wenn eine Löschung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedsstaaten notwendig ist. Ebenfalls im Kontext der DSGVO zu sehen, ist dieses sogenannte Recht auf Vergessenwerden. Da gab es am Anfang sehr intensive Auseinandersetzungen mit Google. Stellen Sie sich vor, irgendwelche fehlerhaften oder veralteten Daten tauchen über Sie auf. Da hat sich Google immer auf den Standpunkt gestellt, dass wir indexieren nur Originaldaten. Schau bitte, dass der Originalpublisher das entfernt. Das ist in vielen Fällen nicht möglich. Auch da musste Google nachbessern. Dieses Recht auf Vergessenwerden wurde daher auch häufig als Lex Google bezeichnet. Profiling hat ja zwei Bedeutungen. Zum einen im kriminalistischen Bereich die Profiler, die Data Profile erstellen. Zum anderen gibt es aber natürlich auch das automatisierte Profiling aus großen Datenmengen, wo es darum geht, um bestimmte persönliche Aspekte beispielsweise bezüglich Arbeitsleistung, Gesundheitsdaten, wirtschaftliche Lage, persönliche Vorlieben zu analysieren oder vorherzusagen. Diese Art des Profilings ist laut DSGVO grundsätzlich verboten, wenn sie eine rechtliche oder ähnliche Wirkung für den Betroffenen entfaltet. Da wären wir genau bei dem Beispiel mit der privaten Gesundheitsversicherung. Was bedeutet das alles? Die DSGVO ist kein Gesetz, das jetzt nur auf Social Media Plattformen oder große Anbilder abzielt. Mit dem Inkrafttreten im Jahr 2018, oder anders gesagt als Inkrafttreten, brachte sehr vielen Juristen und Dienstleistern eine Menge Zusatzarbeit, wenn sie so wollen, weil diese verschiedenen Grundsätze, eben das Recht auf Auskunft, bis hin zur Datenschutzerklärung, je nach Organisationsgröße ist auch ein dedizierter Datenschutzverantwortlicher zu benennen und auszubilden und so weiter. Das war alles ein ziemlich hoher Umstellungsaufwand. Das Gesetz zielt natürlich in erster Linie auf die großen Anbieter ab. Daran halten muss sich aber auch jedes kleine Unternehmen. Und ich habe da ein kurzes Video. Rechtsanwalt Christian Solmecke betreibt einen sehr empfehlenswerten YouTube-Kanal, wenn sie sich für Medienrecht interessieren. Ist natürlich auf Deutschland bezogen, aber wie gesagt die DSGVO, die gilt ja in ganz Europa. Das möchte ich Ihnen gern kurz vorspielen. Das zeigt auch ein wenig die grundsätzliche Problematik bei der Implementierung strikter Datenschutzregeln. Schauen Sie sich das mal an. Es ist egal, ob ich ein Foto von euch mache, euch eine Visitenkarte übergebe oder euch einfach nur anrufe. Künftig muss ich euch immer noch eine Datenschutzerklärung mitgeben. Das ist der absolute Wahnsinn, glaubt ihr. Aber es ist die Wahrheit zumindest, wenn es nach den Willen der Datenschutzgrundverordnung geht. Was da genau los ist, möchte ich euch anhand einer kleinen Spielszene genauer erläutern. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Solmecke. Und neben mir steht meine reizende Kollegin Scarlett. Scarlett hat sich bereit erklärt, mal mit mir in einem kleinen Rollenspiel darzulegen, was die Datenschutzgrundverordnung auch bedeuten kann. Und ja, nett, dass du das für uns machst. Und wir versuchen jetzt einfach mal ein paar Visitenkarten zu übergeben. Datenschutzkonforme Visitenkartenübergabe. Wärst du so nett, mir deine Visitenkarte zu erreichen, Scarlett? Aber doch, Christian, meine Visitenkarte. Oh, vielen Dank. Ah, Scarlett Lüning ist ihr Name. Ich möchte diese Visitenkarte nachher in meinem Ordnungssystem ablegen. Was da ist, ein Halter für Visitenkarten. Sind Sie damit einverstanden? Wie sieht denn zwar mit Ihrem Datenschutz aus? Ja, das ist kein Problem. Ich habe eine Datenschutzerklärung mitgebracht. Die gebe ich Ihnen hier an dieser Stelle. Aber Sie sind einverstanden, dass ich die Visitenkarte ablege? Ja. Gut, sehr gut. Sie haben meine Datenschutzerklärung. Darf ich Ihnen meine Visitenkarte überreichen? Aber gerne doch. Ich bin im Übrigen damit einverstanden, dass Sie diese in Ihrem Ordnungssystem ablegen. Dankeschön. Das geht allerdings nicht ohne weiteres, wie Sie wissen. Ja, dann kriegen Sie natürlich auch meine Datenschutzerklärung. Vielen Dank. Und die stecke ich dann hier rein. Vielen Dank für Ihre Datenschutzerklärung. Vielen Dank für Ihre Visitenkarte. Und ich wünsche noch einen schönen Tag. Gleichfalls danke. Das war die Übergabe von Visitenkarten. Doch das ist ja noch verhältnismäßig simpel. Jetzt wird es viel schlimmer. Selfies, auf denen hinten jemand zu sehen ist. Oder noch ganz kompliziert. Ich möchte einfach jemanden knipsen und der ist sogar damit einverstanden. Fangen wir mal damit an. Scarlett, wärst du damit einverstanden, dass ich ein Foto von dir mache? Aber klar doch. So, es ist hervorragend geworden. Schau es dir einmal an. Sehr schön. Aber, 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 ich kann dich so leider nicht gehen lassen. Ich muss dir nämlich noch meine Datenschutzerklärung mitgeben. Denn ohne Datenschutzerklärung hätte ich dieses Foto gar nicht anfertigen dürfen. Bitte schön. Hier meine 27 Seiten Datenschutzerklärung und dieses Foto ist für den Abdruck in einer Zeitung gedacht. Und weißt du, du hast übrigens das Recht, es jederzeit löschen zu lassen. Das ist interessant. Das wird mich für die komplizierte Situation stellen, dass wenn ich das erstmal in der, naja Zeitung ist schon wieder schwierig, da wäre ich Journalist, auf der Internetseite habe, ich es dann auch wieder löschen lassen muss. Das könnte schwierig werden. Das könnte schwierig werden. Also danke für deine Einwilligung, die kannst du aber nachher über Datenschutz wieder wieder rufen. Also ziemlich strange Situation. Auf jeden Fall. Naja, und dann gibt es noch die Situation, dass jemand bei uns zum Beispiel in der Kanzlei anruft, ohne dass er vorher mit uns in Kontakt stand. Ruf mich doch mal bitte an, Scarlett. Ah, es klingelt. Rechtsanwalt Solmecke von der Kanzlei Wilde Beuger-Solmecke. Was kann ich für Sie tun? Lüni, guten Tag, ich hätte gerne einen... Halt, bitte reden Sie nicht weiter. Ich muss Ihnen leider erst, bevor ich jetzt weiter was von Ihnen erfahre, die Datenschutzerklärung vorlesen. Das sind 27 Seiten. Machen Sie sich auf einen 90-minütigen Vortrag gespannt. Denn selbst wenn ich jetzt Ihren Namen aufschreibe, Sie sagten gerade Lüning, ich habe es gespeichert, aber noch nicht in einem Ordnungssystem niedergeschrieben. Scarlett Lüning. Oh, da ist es schon passiert. Nein, ich muss Sie vorher noch belehren. Sie haben das Recht, eine Bestätigung von mir darüber zu verlangen, ob personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. Eine solche Verarbeitung liegt vor und Sie können folgende Auskunft verlangen. Sie können verlangen, den Zweck zu den personenbezogenen Daten verarbeitet werden, die Kategorien von personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten, die Empfänger beziehungsweise die Kategorien von Empfängern, gegen die Sie, die betreffenden Personen offengelegt wurden oder noch offengelegt werden. Sie können die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden Personendaten oder falls konkret Angaben hier nicht möglichst im Kriterium für die Festlegung der Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtung oder Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkungen der Verarbeitung, das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtbehörde, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft, das Bestehen einer automatisierten Entscheidung, die nur einsteigen Profile, gemäß Artikel 22 TSGVO, zumindest in diesem Fall eine ausreichende Information über die involvierte Logik sowie die tragfähige Ausrede, in den Ersteckter Ausdruck zu verlangen, aus den Personen... Haben Sie das alles verstanden? Auf jeden Fall, genau. Dann danke ich Ihnen erst mal recht herzlich, dass Sie noch nicht aufgelegt haben. Da ich allerdings nachweisen muss, dass Sie diese Daten auch erhalten haben, würde ich Ihnen gerne das Ganze auch nochmal per E-Mail übersenden, sodass Sie das auch nochmal in dokumentarischer Form haben. Jetzt nochmal die abschließende Frage, möchten Sie wirklich Mandantin bei uns werden? Das muss ich mir, glaube ich, noch überlegen. Auf Wiedersehen und beim nächsten Telefonat muss ich Ihnen dann leider allerdings diese Informationen noch einmal vorlesen. Danke fürs Anrufen. Okay, auf Wiederhören. Tschüss. Was ihr seht, es ist absurd. Wenn man die Regeln des Rechts wirklich ernsthaft mal betrachten will, dann wird es künftig zu solchen Situationen kommen und da muss man sagen, bleibt uns doch eigentlich nichts anderes übrig, als den Menschen zu raten, an den Stellen müsst ihr das Recht brechen. Kann ja wohl nicht wahr sein, dass meine Friseurin mir eine 27-seitige Datenschutzerklärung vorliest, bevor sie meinen Namen, personenbezogenes Datum, in ihr Ordnungssystem, nämlich den Kalender übernimmt. Irre, oder? Unfassbar. Also, da überlegt man sich, ob er noch irgendwo anrufen möchte. Da überlegt man sich, ob er noch irgendwo anrufen möchte. Aber zum Glück, die Leute halten sich nicht alle dran. Wir wollen nicht dazu aufrufen, in irgendeiner Weise geltendes Datenschutzrecht zu brechen. Auf keinen Fall. Aber es ist schon krass, was da auf uns zurollt. Es ist nicht lebensnah. Es ist nicht lebensnah. Es ist nicht lebensnah. Dieser kleine Play zeigt, glaube ich, sehr gut, wo die Probleme, gerade auch bei einer so ambitionierten Regelung, liegen können. Wie schon vorhin erwähnt, es wird dann meistens nicht so heiß gegessen, wie gekocht. Allerdings, gerade in dieser Umstellungsphase, versuchten natürlich alle möglichst venibel vorzugehen. Ich habe da auch persönlich einige durchaus skurrile Dinge erlebt. Aber eben, wenn man sich genau an das Gesetz hält, dann ist das eben so umzusetzen. Zum Beispiel meine Großmutter, die mittlerweile leider verstorben ist, die lebte in einem Pflegeheim. Und die haben dann an die einzelnen Zimmer Fotos und Namensschilder der Leute draufgetan, wie es halt in vielen Heimen üblich ist. Und ich musste dann damals eine Einverständnis- und Datenschutzerklärung, sozusagen stellvertretend als Erwachsenenvertreter, unterzeichnen. Abzielen tut das Ganze natürlich, wie gesagt, darauf, dass vor allem die großen Unternehmen sorgsamer mit dem Thema Datenschutz umgehen. Und das vor allem, und auch das war natürlich eine der Hauptideen, dass die Personen, in dem Fall konkret die Bürgerinnen der Europäischen Union, bessere Kontrolle über ihre Daten haben. Dazu gehören diese ganzen Auskunftsrechte, Berichtigungsrechte und so weiter. Und vor allem auch die Transparenz zu wissen, wer speichert meine Daten. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, 2018 bis 2024, das war, wenn ich mich richtig erinnere, war das im März 2018. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich genau sechs Jahre DSGVO in Kraft, also bereits einige Erfahrungswerte. Ist es mittlerweile unmöglich geworden, eine Visitenkarte zu übergeben und rechtskonform zu speichern? Es werden nach wie vor sehr viele Visitenkarten übergeben. Der Organisationsaufwand für Unternehmen ist durchaus höher geworden. Auch die großen Plattformen mussten sich in vielen Bereichen darauf einstellen. Ein großes Thema ist natürlich immer noch die Blackbox-Frage. Wie vorhin schon erwähnt, die Server von Meta, von LinkedIn und so weiter, die stehen weitgehend in den USA, aber daher eben auch dieses Marktortprinzip, also eben die Verpflichtung, die entsprechenden Regulierungen auch dann umzusetzen, wenn man seine Services innerhalb der EU anbietet. Was das in der Praxis heißt, Facebook könnte jetzt sagen, mir ist die DSGVO egal, ich mache das nicht. Wenn das Service weiterhin in Europa angeboten werden würde, gäbe es da hohe und dann immer höhere Strafen bis hin zur sozusagen wirtschaftlichen Unrentabilität. Und Facebook müsste dann letztendlich hergehen und dürfte seine Services, WhatsApp, Instagram, Facebook in Europa nicht mehr anbieten. Einige wenige Seiten haben das sogar getan. Koch recht gerne und verfolge auch viele amerikanische Rezeptseiten. Und da gab es einige, die gesagt haben, mir ist die Umstellung und das Risiko eines möglichen Bußgeldbescheids zu hoch und die haben dann einfach das Ganze, ihre Server so eingestellt, dass man als Person, die als Europa zugreift, nur die Meldung bekommen hat, geht leider aus GDPR-Gründen nicht. Das war aber nur eine kleine Minderheit. Die meisten haben das natürlich umgesetzt. Ist das Thema GDPR mit diesen Regelungen jetzt erledigt? Müssen wir uns in Zukunft keine Sorgen mehr darüber machen? Nein, selbstverständlich ganz und gar nicht. Zum einen entwickeln sich digitale Technologien weiter. Und zum anderen gibt es natürlich auch ein starkes Beharrungsvermögen dieser Services. Die sind daran interessiert, die Daten zu verwenden, zu verwerten, für Werbung zu nutzen. Und die DSGVO war seitens der EU ein erster Schritt. Aber es gibt noch eine ganze Reihe von Folgegesetzen, die uns, sag ich mal, oder unseren Kernbereich fast noch mehr betreffen. Die neueste, wie nennt man das, das neueste Addendum, der neueste Zugang ist die sogenannte, eigentlich ein Set von Gesetzen, Digital Services Act, der in Kraft getreten ist Mitte vorigen Jahres. Und während sich die DSGVO ganz konkret an sämtliche Unternehmen, innerhalb der EU ihre Services Dienstleistungen anbieten, richten, bezieht sich der DSA oder DSE ganz konkret auf die großen Anbieter. Wobei handelt es sich? Es handelt sich um, wie gesagt, ein Set von Gesetzen beziehungsweise Verpflichtungen, die in erster Linie auf Transparenz abzielen. Das eine Thema bei den großen Plattformen ist natürlich, wie speichern die unsere Daten? Wie sorgsam gehen die damit um? Gibt es da Profiling-Aktivitäten? Werden die Daten möglicherweise an jemanden weitergegeben? Die zweite Frage ist, wie handeln die großen Plattformen das Thema Moderation? Die EU hat ja relativ klare Vorgaben, wenn sie Betreiber einer Social Media Plattform sind und sie werden aufmerksam gemacht, dass jemand rechtswidrige, verhetzende Inhalte usw. gepostet hat, dann sind sie dazu verpflichtet, das zeitnah zu entfernen. Außerdem müssen diese Plattformen auch Anstrengungen unternehmen, um sozusagen von sich aus für ein sicheres Umfeld zu sorgen. Kurz gesagt, dieser DSA Transparency Act. Ein wichtiger Teil davon ist diese Datenbank, die Sie hier am Screen sehen. Ich werde den Link dann auch ins Moodle dazustellen. Das ist ein interaktives Interface und da können Sie sehr genau nachvollziehen, welche Plattform wann und warum und wie viele Inhalte entfernt hat. Was Sie hier auf dieser Grafik zum Beispiel sehen, das ist eine Linie, wenn ich da jetzt auf den Punkt gehe von Februar, dann sieht man bei AliExpress waren das 33.000, bei Amazon 557.000 Postings. Bei Amazon wird es sich wohl um Rezensionen und Reviews handeln in erster Linie, bei LinkedIn 430. Und es gibt dann noch eine wesentlich detailliertere Plattform, wo diese einzelnen Removal Requests aufgeschlüsselt sind und wo die Plattformen eben genau angeben müssen, wie und wann, warum sie welche Inhalte entfernt haben. Das soll sozusagen auch ein wenig dem Wildwuchs oder der Etablierung eigener Regeln entgegenwirken. Und es gibt auch hier Beschwerdemechanismen. Eines der großen Themen in den letzten Jahren war ja immer wieder, dass es gibt viele Publikationen dazu, dass Plattformen sehr lax mit der Entfernung dieser Inhalte umgingen, beziehungsweise die teilweise sogar ganz stehen haben lassen. Das heißt, all diese Regelungen zielen auf mehr Transparenz ab und im Kern, möchte ich Ihnen noch gerne zeigen, das sind alles offizielle EU-Seiten. Der DSE zielt auf vier Zielgruppen ab, wie die EU da auf ihrer offiziellen Kampagnenseite sagt. For citizens, better protection of fundamental rights, more control and choice, stronger protection of children online, less exposure to illegal content. Fullsnote Twitter. For providers of digital services, legal certainty, also Rechtssicherheit. A single set of rules across the EU, easier to start up and scale up in Europe. Und for business users of digital services, also UnternehmensnutzerInnen, access to EU-wide markets through platforms, level playing field against providers of illegal content. Und natürlich verfolgt man damit auch gesellschaftliche Ziele, also for society at large, greater democratic control and oversight over systemic platforms, mitigation of systemic risks such as manipulation or disinformation. Auch ein großes Thema in den letzten Jahren, wie geht man vor gegen Manipulation. Natürlich mit der Popularität von Social Media ist es auch ein Kanal, der beispielsweise in der politischen Meinungsmache eine immer größere Rolle spielt. Wie erwähnt geht es beim DSE ganz konkret um bestimmte große Anbieter. Da hat die EU mehrere Gruppen gebildet sozusagen. Die erste und wohl wichtigste sind diese sogenannten Very Large Online Platforms and Search Engines. Kurz, oft auch als VLOPS bezeichnet oder VLOPS. Wer 10% der 450 Millionen BürgerInnen der EU erreicht, mindestens fällt in diese Gruppe. Und ich glaube, die sind aktuell, wenn ich es richtig im Kopf habe, 14 oder 15 Online Services. Da gehören auch die ganzen großen Social Media Plattformen dazu. Dann gibt es noch spezielle Regulierungen für Online Plattformen, die Marktplätze sind oder App Stores und so weiter. Für Hosting Services und für sogenannte Intermediary Services. Da gehört alles dazu, was mit der Infrastruktur des Internets zu tun hat. Beispielsweise die Anbieter von Domänium Services. Diese erste Gruppe, diese VLOPS sind von einer Reihe spezieller Verpflichtungen betroffen, könnte man sagen. Die müssen neben dieser Dokumentation der entfernten Inhalte, die ich Ihnen vorher gerade gezeigt habe, auch regelmäßig, je nach Größe, halbjährlich oder quartalsmäßig, sogenannte Transparenzberichte veröffentlichen. Nachdem dieses Gesetzeswerk Mitte vorigen Jahres in Kraft getreten ist, wurden die ersten Transparenzberichte bereits veröffentlicht. Facebook hat dazu ein eigenes Portal eingerichtet. Sie finden es unter transparency.fb.com, werde ich Ihnen ebenfalls verlinken. Da findet man eben sämtliche Transparenzberichte Reports, welche Arten von Profiling werden verwendet. Es muss regelmäßig aktualisiert werden. Da gibt es bisher nur den 2024er Report. Da kann man sich das alles runterladen und genauer anschauen. Digital Markets Act, da geht es eben um die Marktplätze. Facebook ist ja auch ein Marktplatz. Und da haben wir den Digital Services Act Transparency Report für diese VLOPS-Plattformen. Auch hier gibt es bisher erst den ersten. Ich glaube, der zweite müsste dann dieser Tage mal fällig werden. Gibt es natürlich hier für Facebook und Instagram. Und diese Reports enthalten eben sämtliche Informationen, die die großen Plattformen dokumentieren müssen. Wird Ihnen aufgefallen sein, dass Facebook uns allen in den letzten Wochen und Monaten einen Premium Account angeboten hat. Ich weiß gar nicht, was war in Österreich der Preis, 15 oder 19 Euro im Monat. Hat natürlich kaum jemand abgeschlossen. Auch das, wenn Sie so wollen, eine rechtliche Auswirkung der DSGVO bzw. des DSAs, weil diese Plattformen verpflichtet sind, ihren Nutzerinnen eine nicht personalisierte Version anzubieten. Social Media, Plattformen verdienen Geld mit der personalisierten Werbung. Wenn Sie das nicht mehr dürften, wäre das natürlich drastisch für das Einkommen. Und Facebook hat sich dazu entschieden, das ist der einzige Grund sozusagen für diesen bezahlten Account. Da gibt es das als Feature, dass man die personalisierte Werbung abdrehen kann. Wird interessant sein, rechtlich und ist noch nicht ausjudiziert, ob das hält, ob man sozusagen diese Anforderung tatsächlich einfach mit einem bezahlten Account abdecken kann. Ebenfalls einen Blick wert ist die Transparency, naja Portal kann man nicht sagen, es ist mehr ein einzelner Text von Twitter, den Sie hier hinter mir am Screen sehen. Ich werde ihn ebenfalls verlinken. Das ist schon sehr frei und flokig dahingeschrieben. Just because a post doesn't violate a policy doesn't mean everyone will like it. Klingt ein bisschen so, als hätte sich der Elon Musk da hingesetzt und das schnell mal runtergeschrieben. LinkedIn fällt da natürlich ebenfalls drunter, die müssen auch ihre Transparency Reports veröffentlichen. Und da ist eine Sache, die kann für uns, jetzt sozusagen abgesehen von der Analyse dieser Daten, aus welchen Zwecken auch immer, sehr interessant im Hinblick auf Social Media Forschung sein. In diesen Transparenzberichten, ich zeige Ihnen jetzt den nochmal als Beispiel, da müssen natürlich auch sozusagen sehr viele Zahlen dokumentiert werden, wie viele Seitenbesuche gibt es, wie viele registrierte und aktive Nutzer. Sind die Plattformen damit jetzt alle vollkommen transparent geworden? Nein, das eher nicht. Aber es ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Und man muss schon eines sagen, nicht nur die DSGVO allein, sondern eine ganze Reihe von europäischen Gesetzesinitiativen haben das, wie soll man sagen, das Wild West oder das lückenlose Tracking von Nutzerinnen sehr, sehr erschwert, beziehungsweise zumindest dazu geführt, dass wir über diesen Cookie Bar eine weit bessere Auswahl haben. Das viele dann aus Gewohnheit trotzdem und weil es einfach schneller geht immer auf, except all cookies clicking ist dann wieder eine andere Sache. Aber auch da gibt es eine Medizin dagegen, dem Tipp möchte ich heute die Einheit gerne abschließen. Wolfi Christl und Sarah Spiekermann haben ein Buch veröffentlicht, mittlerweile schon einige Jahre alt, das nennt sich Networks of Control – A Report on Corporate Surveillance – Digital Tracking – Big Data and Privacy. Das ist sowohl als Printausgabe, aber auch als komplett kostenloser PDF-Download auf der Seite verfügbar. Ich werde es Ihnen ebenfalls verlinken. Und das ist ein Sachbuch, aber war für mich genauso spannend zu lesen, wie ein wirklich gut gemachter, dystopischer Science-Fiction-Roman. Was die beiden in diesem Buch beschreiben, sind eben genau die Szenarien, die Möglichkeiten, wie Daten sozusagen gegen unsere demokratischen, kommerziellen Intentionen genutzt werden können. Und das Ganze sind keine Hypothesen, sondern sie zeigen auch eine Menge praktische Beispiele auf. Datenschutz wird weiterhin ein großes Thema bleiben. Ich musste auch sehr lachen, das ist vor einigen Tagen durch die Medien gegangen. Es tauchen immer nicht nur Menschen, die kommunizieren, sondern auch Geräte. Vor einigen Wochen hat ein Forscher eine Analyse gemacht und festgestellt, dass eine neue Samsung-Waschmaschine, eine Smart-Waschmaschine, die im WLAN connected ist, pro Woche oder Tag etliche Gigabyte an Daten an irgendwelche Samsung-Server geschickt hat. Die Waschmaschine. Sowas ist schon einigermaßen weird und spooky. Und es ist natürlich wichtig, dass wir uns darüber klar werden, dass auf der einen Seite unsere ganze digitale Infrastruktur ohne den Austausch von Daten nicht funktionieren würde, aber der ganze Bereich ist sehr, sehr schnell gewachsen. Und insofern ist die DSGVO ein möglicherweise, gerade wo es um kleine Unternehmen geht, in manchen Bereichen überbordendes Regelsystem. Aber es beginnt langsam auch tatsächlich Auswirkungen zu zeitigen auf die großen Netzwerke. Ja, und damit sage ich Danke fürs Zuhören und Live dabei sein. Aufzeichnungen und Links folgen wie gehabt in Kürze. Nächste Woche sehen wir uns wieder im Hörsaal 3 im UZA 2. Dankeschön und schöne Woche noch.